So, einen wunderschönen guten Abend hier zur Diskussionsrunde auf dem Star Citizen-Blog. Ich hoffe, ihr hört mich. Das sollte funktionieren. Ja, mein Name ist wie immer Jesse Blue. Ich führe hier durchs Programm. Ich habe schon gerade im Chat gelesen. Wir sind etwas spät. Ja, wir sind etwas spät dran. Fünf Minuten. Hat einfach von der Zeit der Heute nicht gereicht, nach der Arbeit hier alles durchzugehen und dann auch noch was zu essen und so. Also sorry für das, dass wir jetzt die fünf Minuten später anfangen. Aber ich denke, das werden wir überleben. Gut, die Agenda für heute seht ihr da schon. Wir werden sprechen über Calling All Deaths natürlich. Dann die Herkules Starlifter Hurricane. Ja, das bisschen, was sie dazu gesagt haben, werden wir auch besprechen. Und dann haben wir natürlich noch den Status Report für 3.2 oder wo sie gerade stehen von gestern. Und das war es dann für heute auch schon. Also schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Chris ist auch schon da. Hol ich ihn mal rein. Mal gucken, ob er mich hört. Hallo Chris, hörst du mich? Ja, scheint jetzt gerade nicht da zu sein. Gucken wir mal. Wird sicherlich gleich noch dazukommen. Ja, ansonsten, wie immer, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann seht ihr da oben den Invite-Code für den Discord-Channel. Und da könnt ihr dann einfach in die Lobby reinkommen. Also in die Voice-Lobby. Und dann ziehe ich euch hier nach oben in den Raum. So, ja, gucken wir mal im Chat, was wir noch haben. Silence schreibt die Roadmap vielleicht noch. Da gab es Updates. Ja, das werden wir natürlich dann beim Status Update für 3.2. Werden wir da auch drauf gucken, was es da gibt. Okay. Ja, 600er und Aquila. Ja, wenn du da neue Informationen hast, die jetzt noch irgendwo sind, dann schick mir mal einen Link, da können wir auch noch drauf schauen. Habe ich jetzt nichts in der Vorbereitung gesehen, aber vielleicht habe ich es übersehen. Das kann durchaus sein, das war heute etwas stressig hier. So, ja, gucken wir mal, Chris, irgendwas von dir zu hören. Oder vielleicht hört er mich gar nicht. Gucken wir mal bei Discord, ob ich hier alles eingestellt habe. Aber es müsste eigentlich, müsste funktionieren. Da haben wir Dr. Steinschneider. Gucken wir mal, Dr. Hörst du mich? Schönen guten Abend zu hören. Ja, schönen guten Abend. Hörst du mich denn? Ja, ich führe dich wunderbar. Also, wenn du mich aufhörst, freue ich mich. Super, du bist etwas leise. Ich mache dich mal lauter. Ja, probiere nochmal. Ja, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja, jetzt wird es etwas besser. Okay, mache dich noch ein bisschen lauter. Und dann sollten wir eigentlich gleich laut sein. Gut, dann lasst uns anfangen mit dem ersten Thema für heute. Und schauen uns mal Calling All Devs an, weil da sind eigentlich ein paar richtig coole Themen dabei gewesen. Fand ich jedenfalls. Am Montag. Ich gucke nochmal in meinem Chat hier. Gut, also, dann lasst uns mal hier rüber schauen auf die Folge Calling All Devs. Da haben wir als erstes den Planeten Crusader. Wie es da aussieht, also wie es mit der Atmosphäre, wie weit sie da sind. Das ist ja ein Gasriese, wo man jetzt auch nicht wirklich eine Oberfläche des Planeten hat, sondern einfach halt ein Gasriese. Und wo dann in der oberen Atmosphäre halt so eine Plattform schwebt, wo dann halt die ganzen Raffinerien und das ganze Zeug, um das Gas da rauszuholen, sind. Und wie weit sind sie da? Da hat hier der Eddie Hildig, er hat da diese Frage beantwortet. Und zwar hat er gesagt, naja, die Plattformen und wo die ganzen Shops sein werden und so ein bisschen Layout haben sie alles schon gemacht. Für die, für diese Plattformen und also für die Stadt sozusagen, wo man landen kann. Aber sie haben halt noch einiges an Probleme mit der Technologie für die Gasriesen. Also wenn man da dann nah ran fliegt, dass das dann immer noch gut aussieht. Und so weiter. Also mit dieser Technologie, da haben sie noch einiges vor sich. Und sie haben im Moment, sind sie sozusagen in der Whitebox-Phase. Sie können das schon in der Engine sozusagen sich mal anschauen. Aber er sagt, das ist halt alles noch sehr neu. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass sie das uns irgendwie zeigen könnten. Ja, von daher, also Crusader, so wie sich das anhört, das würde dann, also das ist etwas, was man dann erst im nächsten Jahr irgendwann mal erwarten könnte. Also bis dahin wird der Planet einfach so bleiben, wie er jetzt ist. Okay, ja. Chris Steinschneider, habt ihr da noch was zu sagen? Irgendwas, irgendwelche Anmerkungen? Zu ein TM. Also ich bin mal ganz ehrlich überrascht, wie ich jetzt diese Erkenntnis. Ja, zu ein TM. Naja, es ist natürlich, ich war ja schon ein bisschen überrascht, wie sie die Reihenfolge machen, also wann es welche Planeten jetzt wann rauskommen sollen, laut der Roadmap. Und also da war ich schon, also dass jetzt Hürsten zuerst kommt und man hat eigentlich von Area 18 mehr gehört in der Vergangenheit. Das war schon ein bisschen überraschend, aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Ich sage mal so, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mal ein System habe und ich denke so langsam 2019, dass sie also Ende 2019 vielleicht anstreben sollten, mal ein fertiges System hinzubekommen. Ich denke nicht, dass das unbedingt schaden würde. Genau, so würde ich das auch sehen, sodass man dann irgendwann auch mal in einem Jahr oder in anderthalb Jahren mal wirklich drüber diskutieren können. Okay, wie würde denn jetzt dieses nächste System, was dazu kommt, welches ist das denn und wie funktioniert das dann alles? Darüber mal zu diskutieren, wäre ja eigentlich auch schön. Ja, ich meine, wir haben, wenn die wirklich von 100 Systemen ausgehen und auch egal wie perfekt, also ich meine, vielleicht ist die Schiffspipeline ja schon eine, ich denke, man kann wirklich sagen, die haben ihre Schiffspipeline wirklich optimiert im Laufe der Jahre. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir noch 100 Systeme vor uns haben und das erste dauert am längsten, ja, ich will jetzt nicht zu pessimistisch klingen, aber da sind sogar meine Negativzahlen von vor vielen, vielen Jahren noch sehr, sehr optimistisch gewesen im Nachhinein. Genau, also ich habe jetzt auch mal kurz zurückgeüberlegt, wann habe ich mal hier in dieser Sendung oder auf dem Blog sogar das zweite System sozusagen gesagt, das wird jetzt in ein, zwei Jahren kommen. Also ich glaube, diese Zeit, die ich damals geschätzt habe, die ist schon längst erreicht. Und das geht ja vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr genau, was du damals geschätzt hattest für ein zweites System. Ja, also ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber definitiv sind das Zahlen, wo ich weiß, dass ich mal auf meinen 2020 lange umgeritten bin und dass ich jetzt sogar langsam schon sagen muss, dass von damals gesehen war das nicht schlecht, aber das war damals anscheinend noch zu positiv gesehen und das meine ich nicht dunkel zu ändern, dass das vor drei oder vier Jahren das erste Mal so langsam mir klar wurde, dass es wohl so lange noch dauern wird. Und wenn das jetzt bis auf 2025 hoch zu skalieren ist, gut, dann ist es so, wird es sich ändern können, aber es ist schon... Ja, danke für den Hinweis im Chat. Ich habe es jetzt auch gesehen, Dr. Steinschneider habe ich etwas zu laut gemacht, weil er am Anfang so leise war. Jetzt müssten wir eigentlich ungefähr gleich laut sein. So, ja, das Mikrofon von ihm ist nicht übersteuert. Ich habe ihn bei mir lauter gemacht, weil er am Anfang so extrem leise war. Okay, ja, dann frage ich mich gerade, also 400 Zuschauer, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Lass mich mal gucken. Doch, ich bin da. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Dr. Steinschneider ist da und da kommen die ganzen Leute, aber... Ne, das ist... Das wäre genau so, als wenn ich sagte, das ist... Warte, das ist fertig. Das ist ja verrückt. Okay, also, ja, keine Ahnung, also irgendwas ist hier bei Restream.io kaputt. Das zeigt 450 Zuschauer an, aber wenn ich auf Twitch gucke, sind es 90 und bei YouTube sind es 11. Also, da ist... Macht 450, jetzt erkennen wir, jetzt wissen wir auch, wie die OpenMap sich zusammensetzt. Vielleicht benutzen die dasselbe Tool. Ja, also, keine Ahnung, keine Ahnung, was Restream da macht. Genau, also, okay. Was soll's? Ist die Anzeige halt ein bisschen kaputt hier. Gut, ähm, ja, haben wir das erste Thema, denke ich, haben wir genug drüber gesprochen. Lass uns hier weiter zum nächsten gehen. Da geht's um, um den nächsten Planeten im Stenten-System. Und zwar ist das... Geht's da um Hürsten? Ah, das ist ja dann das. Sorry. Äh, das ist ja das, was als nächstes, äh, dann kommen soll. Und zwar ist die Frage hier, wie sieht es aus, weil man da ja diese, diese Meere gesehen hat auf dem Planeten. Oder Teiche oder wie auch immer. Äh, 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 da ist die Frage, wie sieht's mit Schwimmen aus? Und da hat er gesagt, naja, sie arbeiten jetzt erstmal da dran, überhaupt die Animationen für die Charaktere generell zu verbessern. Und Schwimmen wäre dann etwas, was dann als nächstes kommen könnte. Und, äh, ja, also, dauert noch, ist sozusagen die Aussage. Und, äh, der Planet würde erstmal so ohne Schwimmen natürlich rauskommen. Das wäre jetzt nichts, was, was sie unbedingt da haben wollen. Äh, was jetzt unbedingt, ähm, beim Release dann mit da sein müsste. Was ja auch irgendwie logisch ist. Ähm, manchmal frage ich mich auch, wer stellt solche Fragen? Also, ist das, ist das jetzt wirklich das, das Wichtigste, was man, was man fragen könnte? Naja, okay. Also, Fakt ist, Chris Roberts hat darauf bestanden, ich kann mich noch in einem Interview sehr genau erinnern, dass das schon möglich sein soll. Also, es gab tatsächlich auch mal wirklich eine Auskunft über, und das ist jetzt keine drei oder vier Jahre her. Ja, das ist, meine ich, anderthalb Jahre, wenn maximal ein Jahr her. Nee, anderthalb Jahre maximal, wenn nicht ein Jahr ungefähr. Dass das ein Thema war und wo er selbst diese Frage, oder wo er selbst diese Frage beantworten musste. Und, ähm, ja, warum man die jetzt stellt, sei mal dahingestellt. Aber es war schon auf jeden Fall Thema, ich glaube, das war sogar bei seinem letzten Interview, ob das mit dem Schwimmen von ihm gewünscht worden ist. Deswegen nur so als kleiner Hinweis. Ja, genau. Okay, also, Schwimmen kommt später. Und dann war noch die andere Frage, wie sieht's mit Raumschiffen aus, dass die dann unter Wasser auch noch rumdödeln können? Äh, das hat er gesagt, das kommt noch später. Also, irgendwann mal. So. Aber da siehst du mal, wir hatten auch schon vor zehn Jahren mal die Diskussion. Und, äh, es ist ja anhand, also wie schon gesagt, bei den Größenwahn, den die anstreben, äh, also es ist für mich in solchen Aussagen, auch wenn das, auf jeden Fall ist es nicht so, dass er gleich gesagt hat, Blödsinn, haben wir keine Zeit für, wir müssen fertig werden, also. Ja, also ich sag mal so, das ist sicherlich auch was, wo man sagen kann, äh, Leute, jetzt machen wir Reliefs. Und alles, was jetzt nicht da ist, kommt dann später mal irgendwann, und aus die Maus. Also, das wäre jetzt etwas, wo ich glaube, dass sie einfach sagen können, nein, okay. Aber mir fällt gerade in den Zusammenhang, wir haben ja, jetzt hattest du gerade von ARCOG gesprochen, wir haben ja auch noch Mikrotechnik, ne? Wo steht das eigentlich auf der Roten, ne? Gar nicht, oder? Ja, soweit ich das sehe, nicht, also bisher, und haben wir aber noch nichts wirklich von gehört. Ne, also, weil nur so rüber, das System soll fertig sein, also ich denke, äh, 2019 ist da wohl äußerst positiv. Ja, ja, ich bin da, bin da voll bei dir, ich bin voll bei dir, was dieses Zeitplan hat. Also, können wir wirklich gleich echt sagen, 2020 hat es das erste System. Okay, jetzt müssen wir mal ganz fairerweise sagen, als die damals von 100 Systemen gesprochen haben, haben die niemals davon rum, niemals sich die Vorstellung gehabt, und das glaube ich jedem Beteiligten, haben, dass irgendeiner mal auf dem Planeten durch die Gegend rennen kann und einmal rumrennen kann. Also, das muss man sich auch klar machen, aber es ist trotzdem natürlich wow, also ich sage mal so, das wird spannend. Ja, das stimmt. Als die 100 Systeme da auf die Kickstarter-Kampagne geschrieben wurden, da haben sie natürlich das bei weitem nicht im prozedural generierten Stil gemeint, sondern da meinten sie, ja, da gibt es auf jedem Planeten von diesen, also in den 100 Systemen vielleicht 500 Planeten oder Landemöglichkeiten, und da gibt es dann eine pro Planet, und da fliegt man mit einer Zwischensequenz runter. Also, das war der Plan am Anfang. Fairerweise muss man auch dazu sagen, ist das, ich hatte jetzt ein paar Tage mal Zeit, weil ich auch sehr lange, wie du weißt, sehr selten hier war, mal ein bisschen auf Star Citizen zu spielen und mir auch nochmal die Systemkarte anzugucken. Und es geht auch um die Monde, und ich glaube, es gibt auch kein System wie Stanton, was so viele Monde hat. Also, jetzt mal von der Erde abgesehen von Sol, aber ich glaube, die anderen Fantasiekonstruktionen, die sie haben, da muss man wirklich sich Systeme absuchen, wenn überhaupt ein Planetenmond hat. Also, dass Stanton mit das umfangreichste oder das arbeitsintensivste System sein wird, das ist, glaube ich, gar nicht so von Hand zu weisen. Vielleicht haben Sie das System auch wirklich genau aus diesem Grund, weil es so viele Landemöglichkeiten hat, und so viele, also als Sie das prozedurale, im Moment, das haben Sie, nee, das Stanton-System hatten Sie schon vorher gewählt, also schon vor das prozedurale System. Ja, das war ja von der Story. Also, man darf ja nicht vergessen, Squatting 42, also die Grundlagen der Story sind 2010, zwischen 2010 und 2011 entstanden, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht ein Jahr später. Also, nee, nee, nicht ganz. Achso, die Story, meinst du jetzt? Die Story, also, ja, 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 klar. Also, dieses Law-Team ist, glaube ich, angestellt bei Chris Roberts Anfang 2011. Ja, 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 für die Story, das haben Sie mal, das hat Chris Roberts und Dave Erdogan das mal erzählt, dass sie sich um die Zeit, wo du jetzt gesagt hast, zusammengesetzt haben, um diese Story, also, dass die beiden haben die Story sich sozusagen zusammen ausgedacht, ja, genau. Und da stimmt der Zeitraum natürlich. Also, gut, es lässt sich, glaube ich, auch vielen entschuldigen, man muss das wirklich auch ein bisschen aus der Historie immer aufkrempeln. Auf der anderen Seite musste ich gar nicht lachen, was ich heute gesehen habe, juhu, es gibt einen Trailer von Good Behind Evil 2, was ja auch schon seit 2009 in der Entwicklung ist und immerhin das Ubisoft der Entwickler, beziehungsweise stellt die Kapazität zur Verfügung. Also, wie sind ich mit der Gesellschaft, finde ich es mal so ausdrücklich. Ja, aber das Beyond Good Evil 2 ist ja auch so ein recht ambitioniertes Spiel gewesen. Also, wenn ich das jetzt, wenn er da jetzt diesen Trailer vor einem Jahr oder so, wann der war, weiß ich es nicht mehr genau, das sah ja auch recht ambitioniert aus. Ja, es gab jetzt die erste, es gab jetzt wieder irgendwie einen Live-Show, weil mich das Spiel einfach unheimlich auch fasziniert und beeindruckt, wegen gewissen Parallelen und einen Release-Termin haben die immer noch nicht. Und vielleicht halten sie es auch in der Hinterhand, um dann irgendwas zu bieten, wenn gewisse Mitbewerber auch was auf den Markt hauen. Das weiß ich nicht, ob das so welche Überlegungen sind. Aber wenn ich mir jetzt gerade mal diesen Live-Viewing da angeschaut habe, was vor wenigen Tagen stattfand, oder gestern oder vorgestern, naja, dann würde ich auch sagen, klar, die sind schon weiter, aber ich wollte nur mal diskret drauf hinweisen, das ist nicht das Einzige. Wir sind also nicht in Teil guter Gesellschaft, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, genau. So kann man das auch sagen. Okay, lasst uns, machen wir jetzt das Nächste hier. Was haben wir jetzt? Das ist der, das müsste der Rob Johnson sein, der jetzt hier die nächste Frage bekommt. Guck mal, jetzt geht mal ein bisschen weiter. Genau, und zwar bekommt er die Frage zum Thema Lockout und Respawn. Also, ihr seht es ja da, muss man denn eigentlich immer auf Port Olisar spawnen? Kann man da nicht irgendwie mal woanders hin? Und wie sieht es eigentlich aus, dass man eben seinem Schiff in der Sicht in das Bett legt und auslockt und so weiter? Dass das alles funktioniert. Und, also, erster Punkt, den er sagt, ist, sie haben sowohl in 3.1 als auch für 3.2 planen sie, also in 3.1 haben sie verschiedene Verbesserungen gemacht, dass das alles reibungsloser funktioniert, aber ihm ist auch klar, es funktioniert ja nicht alles so richtig. Für 3.2 haben sie dementsprechend weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen vorgesehen, die dann halt in zwei Monaten kommen sollen. Und dann spricht er noch sehr lange drüber, dass man durchaus jetzt schon von Port Olisar wegfliegen kann, wenn man zum Beispiel nach Grimhex dort über den Kommunikationskanal dort eine Landeanfrage stellen kann. Wenn man dann richtig landet, also auf diesem, wo man hin soll und so weiter, dann sollte eigentlich das Sporenpunkt nach Grimhex verlegt worden sein. Also, das soll jetzt schon möglich sein. Ob das jetzt schon immer funktioniert, da hat er noch leichte Zweifel geäußert. Aber prinzipiell wäre das, dass die DEWs funktionieren. Da möchte ich aber mal kurz, wie gesagt, ich hatte ja immer ein bisschen Zeit, Star Citizen intensiver zu spielen. Und ich war ausschließlich die letzten Tage, und intensiver meine ich, ich habe bestimmt in den letzten Tagen 40 Stunden investiert. Und ich denke, das ist eine ganze Menge. Und weil ich einfach mal viel Aufholbedarf hatte. Und ich kann nur dazu sagen, hier ist das Spiel sechsmal abgeraucht. Und sechsmal hat die Recovery-Funktion funktioniert. Und das zum Teil vier, fünf Stunden später, wo ich gedacht habe, nicht schon wieder, ich habe keine Lust mehr. Ich habe eine Pause gemacht, dann stand da Recovery. Ich habe mich eingeloggt. Ich stand neben meinem Schiff, ich war beeindruckt. Also, ich habe mich längst so hingelegt, aber es hat sechsmal in Folge funktioniert. Ich gebe auch gerne zu, dass es auch gerade abgestürzt ist, wo die funktioniert hat. Aber das wollte ich auch nochmal zugute halten. Das natürlich mit dem ins Bett legen und ausglocken. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das funktioniert hat. Aber wenn ich es irgendwo geschafft habe, dieses Schiff mal irgendwo heil runterzukriegen, wo es nicht vom Himmel gefallen ist, da muss ich also sagen, ich war völlig irritiert, dass ich mal irgendwie was hatte wie, hey, gar nicht bei Porto-Lisar starten. Nein, ich stehe neben meinem Schiff. Irgendwie jetzt ist was kaputt. Also, das war ein richtiges Aha-Erlebnis, weil normalerweise kenne ich das nicht. Ja, genau. Also, genau, so würde ich das auch sagen. Also, es geht da voran, aber es ist noch eine ganze Menge zu tun. Und ja, warten wir jetzt mal ab, was 3.2 uns bietet. Aber ich denke mal, diese Sachen, das ist ja auch vor, die machen jetzt den Schluss, lassen wir den mal auf dem Bildschirm, vor, also, als das erste Quartal zu Ende war, hat Chris Roberts ja, oder CIG, diese Umfrage gemacht, was die Spieler jetzt gerne haben wollen. Und solche Sachen waren da halt auch, also solche Verbesserungen des Spielerlebnisses, so wie es jetzt gerade ist, waren da ja vor allem drauf. Und ich denke, dass sie da auf dem Weg weitergehen werden, um jetzt sozusagen auch das Spiel immer mehr spielbar zu machen, sage ich mal so. Und nicht, also, von der Tech-Demo, die es ja bisher größtenteils war, halt wegzuführen. Und das ist, denke ich, eine sinnvolle Sache, sollte man auf jeden Fall, also, ich finde es gut, dass sie das jetzt machen. Also, ich, wie schon gesagt, habe jetzt also wieder viele Wutanfälle bekommen, wo ich dachte, ja, gut, ich hätte es mir auch in manchen Situationen gewünscht, dass man weiter ist, weil, wie gesagt, ich habe jetzt gut zwölf Monate fast Pause gehabt, um das mal so zu sagen, wo ich wirklich mal zwei Stunden reingeguckt habe. Und ich weiß, wenn ich Star Citizen starte und habe eine halbe Stunde Zeit, das ist kein schlauer Plan, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Und habe viele Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich was gesehen habe, und habe mich gerade auch wieder über vieles geärgert, weil viele Bugs, wo ich dachte, hm, jetzt warst du doch schon eine ganze Zeit nicht da, ihr seid wieder da, schön, ich grüße euch. Das sind so Kleinigkeiten, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, also, von der Tech-Demo würde ich vielleicht immer noch reden, weil das ist, naja, vielleicht nicht ganz, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich hatte viele Sachen, wo ich gemerkt habe, genau, das waren die Momente, warum ich wieder wusste, warum ich für dieses Spiel Geld ausgegeben habe. Und das fand ich schön. Genau, und also, das würde ich genauso unterstreichen. Ich glaube, dass sie da jetzt vor allem, wo sie diesen, also, wo auch Chris Roberts wirklich voll hinter diesem Quartalsweise, wir shippen das Ganze alle drei Monate steht, dass sie jetzt auch für sowas Zeit haben und sagen können, okay, wir machen jetzt wirklich mal Verbesserungen von diesen ganzen Sachen, die du sagst. Hören wir mal den Phobos mit dazu. Hallo Phobos. Hört uns noch nicht, also, noch ein bisschen am Einstellen. Phobos, sobald du was sagen kannst, sagst du einfach Hallo. Guten Abend. Ah, da ist er. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir sprechen gerade ein bisschen über die, ja, Entwicklung. Dr. Steinschneider ist jetzt heute mal hier, nach langer Zeit wieder, hat gerade gesagt, ein Jahr hat er jetzt nicht gespielt, hat jetzt mal reingeschaut. Also, ich habe schon mal gespielt, um das Korrekt auszudrücken, aber ich würde nicht sagen, wirklich intensiv. Ja, genau. Also, hat gerade gesagt, ein bisschen so nach einem Jahr. Also, mich musst du nicht wiederholen. Ich habe euch die letzten 20 Minuten gehört. Ah, okay, wunderbar. Ne, das wusste ich jetzt nicht. Ah, super. Und hätte auch ein paar Anmerkungen. Ja, dann hau raus. Das eine ist, ihr habt völlig recht mit, die Entwicklung nach hinten geschoben und wann das alles rauskommen wird. Aber das Ding ist wie die globale Erwärmung. Wir reden nicht davon, dass in 30 Jahren steigt der Meeresspiegel um ein paar Meter, sondern auf dem Weg dorthin steigt er. Wenn also das erste System fertig ist und wir müssen nicht warten, bis 2022, 25, 28, 30 im schlimmsten Fall, bis 100 Systeme fertig sind, sondern wir haben immer wieder mit jedem Tag oder Monat oder jeder Epoche haben wir mehr und mehr Möglichkeiten, in Star Citizen spielen zu können. Also, das ist nicht, ein System ist fertig und die warten dann mit 99 Systemen, bis die alle fertig sind, geschlossen, sondern die kommen ja nach und nach. Von daher, alles cool. Und Thema Black and Evil, was ihr vorhin noch hattet. Ja, das Spiel ist von den Ambitionen her auch sehr interessant. Aber zum Beispiel, als Mass Effect Andromeda geplant wurde, sollte das auch mehrere Planeten umfassen mit Landezonen, die prozedural sind. Oder sollte man hin und her mit einer großen Story-Kampagne. Wen das jetzt nicht mehr an das fertige Spiel erinnert, da gibt es einen bösen, bösen Publisher in EA. Der hat das Spiel daraus gemacht. Hoffen wir, dass Chris Roberts so bleibt, wie er ist und dass wir hier unser Spiel kriegen, so wie er das möchte. Obos, das ist glaube ich völlig, da gibt es bestimmt gar keine andere Meinung zu. Das würde ich auch so unterstreichen. Man muss aber fairerweise sagen, Andromeda, der letzte Teil, der völlig nach hinten losgegangen ist, ist glaube ich entstanden in unter zwei Jahren. Nur, das hat man dem Spiel auch angemerkt, das ist wirklich überhaupt nicht rechtfertigt. Die Manpower ist eine andere. Es ist natürlich einfach nur so, wie viele Jahre wir uns hier begleiten. Es geht einfach um gewisse Vorstellungen, die man im Kopf hat, um sich dann damit anzufreunden. Ich hatte, wo ich gerade Citizen Hans lese, hallo erst mal, gerade mit ihm auch gesprochen, beim Grillen, als wir uns mal getroffen haben. Und sagte er auch so, ja, also vor vier Jahren hat er ja 2016 gedacht, wir spielen schon. Also das ist auch, wie es schon gesagt, ich habe es ja auch versucht zu erklären, dass als viele Grundlagen geschaffen worden sind, ein völlig anderes Ziel angestrebt ist. Und ich glaube, vielleicht erzähle ich das, von mir das selber immer noch wieder mal bewusst zu machen. Aber es geht ja nur darum, dass ich trotzdem lügen würde, wenn ich nicht sage, ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir vielleicht im Sommer, auch wenn ich mich nicht für realistisch halte, das erste System hätten. Weil so langsam, ich will jetzt nicht sagen, kommen Sie in Zugzwang, aber es muss jetzt mal ein bisschen vorangehen. Ich meine, dann kann es nicht ändern, wenn es so ist, aber ich merke selber, dass nicht meine Ungeduld weniger geworden ist. Ich glaube, ich habe da einen sehr langen Geduldsfaden, nur ich merke schon, da ich glaube, ich bin nicht so der Einzige, der das vielleicht so ein bisschen so einschleuner sieht. Nein, ich habe das ja, ja, Fokus, mach du zuerst. Also ich gebe dir da völlig recht. Ich habe halt nur ein Gedanke davon, der als gesagt wurde, zur Gamescom 2018 wird es kein Stream von Star Citizen geben oder kein großes Event. Ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose grutschen. Ich dachte, oh nein, nein, oh nein. Dann haben Sie aber jetzt gesagt, im September gibt es eine große Präsentation vor 2400 Bäckern, wo da Kartenverkauf angefangen hat. Nehmen wir mal noch an der Kompra-Presse, Leute, ein bisschen drumherum, also 2500 um den Daumen rum, egal. Vor diesen Leuten wird eine Präsentation gemacht. Seit Januar diesen Jahres bringen die uns einmal im Monat eine Präsentation zu Squadron 42, wo sie zeigen, wie es vorangeht. Und sie können uns mehr und mehr Systeme zeigen, die zahnradmäßig ineinandergreifen. 3.3 wird der große Patch dieses Jahr mit Item-Container-Streaming und das ist vor September. Wenn Sie uns im September, was ich ganz stark hoffe, eine große Präsentation zeigen könnten zu Squadron 42 und das ist der große Kick-Off der Werbekampagne wird für das Spiel, spielen wir vielleicht in einem Jahr Squadron 42 und dann sind alle Diskussionen vorbei. Keine Frage. Dann haben wir ein System, wir haben Bots zum Interagieren, weil die ganzen MPCs und sowas wollen Sie ja auch im Laufe des Jahres jetzt reinbringen. Also da greifen bald sehr viele Systeme hoffentlich ineinander. In einem Jahr ist das Spiel ein komplett anderes. Auf jeden Fall. Ja, da hoffen wir drauf. Ich wollte noch eine Sache anmerken. Du hast September gesagt, die Präsentation ist am 10.10., also am 10. Oktober, nämlich dann eben entsprechend, wann Chris Roberts ist 2012 angekündigter, das Spiel. Also am gleichen Tag. Und der Patch würde dann halt kurz davor rauskommen, der 3.3-Affekt. Sorry, Zeitverschiebung. Dr. Steinschneier, du wolltest da noch was zu sagen. Nein, ich bin, wie schon gesagt, ganz dicht bei Phobos, obwohl ich vielleicht ein paar andere Dinge ein bisschen anders bewerten würde. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns da einig, was die Richtung angeht. Und alles gut. Genau, würde ich auch so sehen. Ich wollte noch anmerken von davor, dass ich hatte das gleiche Problem, oder Problem, also die gleiche Überlegung ganz am Anfang. Also 2013, als ich den Blog angefangen habe, war so mein Zeithorizont, okay, 2015, irgendwann zwei Jahre und dann haben wir sozusagen, das Grundspiel ist dann fertig. Also in der Vision, wie es in der Kickstarter-Kampagne war. dass man so ein erstes Spiel war mit ein paar Systemen. Und als dann Anfang, Mitte 2014 immer klarer wurde, dass sie halt jetzt was ganz Großes planen, also nicht mehr dieses Spiel, was sie bei Kickstarter gesagt haben, sondern eigentlich sozusagen die zweite Iteration, das größere Spiel. Also zu der Zeit, wenn ihr euch zurückerinnert, hat Chris Roberts immer gesagt, für 23 Millionen kann er das Spiel bauen. Also wer so lange dabei ist, weiß das vielleicht noch. Und wenn wir 23 Millionen haben, dann ist alles durch. Und genau dieses Spiel meine ich halt. Dieses 23-Millionen-Spiel, das hätte man wahrscheinlich 2015, 16 irgendwann fertig gehabt. Einfach weil dann auch das Geld nur so lange überreicht hätte. Und als das dann klar wurde, dass immer mehr Geld reinkommt und sie die Visionen dann immer größer gebaut haben, habe ich dann irgendwann gesagt, also jetzt brauche ich einfach eine Pause, weil wir fangen im Prinzip nochmal neu an. Das Spiel, die ganze Entwicklung, es geht nochmal von vorn los. Und ja, von daher habe ich dann ja auch ein Jahr Pause gemacht und habe gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal, warten wir erstmal. Und ja, von daher kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass man irgendwann auch sagt, also so langsam muss eigentlich mal was passieren oder ich mache dann vielleicht einfach mal eine Pause von Star Citizen. Ja, klar, wir werden es auch nicht ändern können. Also ich meine, Ungeduld, das ist eben so. Und ich merke aber schon, und ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis als der eine oder andere, den ich sogar zu dem Thema gewesen habe, dass sich eben in meinem Umfeld einige Leute eben ein Mühfond beantragt haben, weil sie also das so nicht mehr mittragen konnten. Ich will jetzt die Argumente dafür alle gar nicht aufführen, aber ich will mal so sagen, mein Verständnis für gewisse Leute, warum die gesagt haben, ich habe keine Lust mehr dazu, obwohl sie von Software, Anführungsstrichen, auch ein bisschen was verstehen, weil sie selber damit ihren Lebensunterhalt verdienen als selbstständiger Unternehmer, ist größer geworden. Also ich drücke es auch mal so aus, das muss jeder für sich rauskriegen, aber es ist schon so, dass ich dort etliche Argumente auch gelesen habe, die kann ich nicht überprüfen, weil mir das Fachwissen dazu fehlt, aber wo ich schon die ein oder andere Kritik auch aufgenommen habe, wo ich dachte, ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass diese Leute da nur Blitzen geschrieben haben. Ja. Gut. Also wie gesagt, das muss ja dann jeder für sich wissen. Holen wir mal Jack noch mit dazu. Also fühlt sich so langsam. Hallo Jack, wie geht's? Hi. Hey. Hallo, Ben. Willst du zu dem Thema noch was sagen oder bist du jetzt einfach? Ich bin gerade erst gekommen. Okay. Weil ich habe jetzt Phobos gerade erzählt, worüber wir gerade erzählt haben und dann sagte er mir, hey, ich habe dir schon 20 Minuten zugehört. Ich weiß ganz genau, was ihr jetzt gesagt habt. Okay. Also du weißt es nicht. Wir haben gerade davon gesprochen, wie die Entwicklung von Star Citizen so die letzten fünf Jahre passiert ist und dass es durchaus verständlich ist, dass der ein oder andere vielleicht sagt, ab einer gewissen Zeit, dass man dann sagt, also die brauchen noch so lange und jetzt mache ich mal eine Pause von der ganzen Geschichte. Ja, ist genau richtig. Gut, lasst uns zur nächsten Frage hier mit Kirk Thoom gehen. Schauen wir da mal drauf. Und zwar geht es da um das Thema Scanning. Er erzählt dann praktisch alles, was sie für Scanning machen wollen. Also von Mining über Schiffe scannen, Nachspielern auf den Schiffen scannen, welche Rüstung hat das Schiff, also wie viel Rüstung hat die Hülle oder welchen Rüstungswert eigentlich. Welche Komponenten sind da drauf, in welcher Qualität. Und also er geht praktisch alles, was man scannt, kann einmal durch und erzählt zu jedem ein bisschen was. Die eigentliche Frage war ja, kann man sein eigenes Schiff scannen, um da eben Eindringlinge zu finden. Und da sagt er halt, er ist jetzt nicht gerade dabei, das Scanning-System zu bauen, aber er könnte sich vorstellen, dass wenn man Schiffe, also andere Schiffe scannen kann und ob da welche Spieler da drauf sind, dass man das vielleicht dann auch in irgendeiner Weise auf das eigene Schiff anwenden könnte. Ja, aber das war alles recht straightforward und so wie man sich das, wie man das erwarten könnte, was jetzt zum Scanning gesagt werden kann. So, dann kommt der interessanteste Punkt. Also außer ihr habt jetzt noch dazu, noch was zu sagen zum Thema Scanning. Also es ist wichtig, dass man das eigene Schiff nach fremden Personen scannen kann. Also wenn ich etwas gerade verflucht habe, wo ich also ausschließlich die Reclamer geflogen bin, dann waren es die mangelnden Anzeigen. Und ich weiß gar nicht, also dieses Schiff irgendwo zu landen, ohne die Außenkamera. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte, jetzt mal für den technischen Problemen, dass das Schiff einfach auf den Boden fällt, wie es ja in den aktuellen Patchen uns auch drinsteht, dass das eben momentan ein nicht zu berechnendes Flugverhalten hat im 314E-Patch. Aber ich kann mal sagen, ich merke gerade, wie mangelhaft die Anzeigen sind. Immerhin reden wir ja hier auch von einer gewissen Simulation. Und ich vermisse, also es gibt so viele Situationen, wo ich mir wünschen würde, hier hätte ich gerne Anzeige, da hätte ich gerne Anzeige. Und ich arbeite bei jedem Lande mehr mit der Außenkamera, als dass ich auf die Instrumente schaue, weil sie mir regelrecht nicht verraten, wo ich bin, in welcher Position mein Schiff ist und so weiter und so fort. Da haben Sie, die Frage war vor zwei Wochen, wurde die auch schon mal gestellt, diese konkrete, die du jetzt aufgeworfen hast, beim Landen, dass sie da dieses alte System, was es in 2006, glaube ich, schon mal gab, dass man auf den Instrumenten sieht, also so eine Außenansicht sieht von seinem Schiff und dann die Plattform so als 3D-Modell oder als Polygon-Modell eigentlich und dann, dass man das dann wieder einschätzen kann. Das soll, sowas in die Richtung soll auch wieder kommen. Muss auch kommen. Ja klar, man braucht das alles, aber es ist halt auch immer die Frage, wann machst du das? Wann ist die Prio und der Druck so hoch, dass es jetzt gemacht werden muss? Oder, dass die eine Seite und die andere Seite ist, wann passt es technisch in deinen Plan rein? Also wann hast du das nötige, ich glaube, Hans hat es gerade im Chat gesagt, das nötige technische Fundament, um dann sowas on top bauen zu können, dass es dann auch tragfähig ist für 10 Jahre oder mehr? Keine Frage. Ich wollte auch nur anmerken, wenn man sagt, man muss mit diesen Instrumenten einen Klimtflug machen und hätte keine Außenkamera zur Verfügung, dann glaube ich, würde keine Beklemer auf dem Boden aussetzen. Oh ja, da hast du absolut recht. So, ähm, letzte Frage und das war sicherlich die interessanteste am Montag. Die hat hier Rob Reininger bekommen und zwar geht es darum, so, und zwar geht es darum, wenn man auf einem Planeten landen will und das, wo man hin möchte, ist auf der anderen Seite des Planeten, also wir sehen das jetzt hier, im Beispiel, äh, der rote Punkt ist da, wo wir landen wollen und im Moment ist es so, dass diese, sieht man meine Maus? Ja, sieht man. Und zwar hier diese kleineren roten Punkte, die um den Planeten verteilt sind, zu diesen Punkten kann man Quantum Travel machen und dann muss man und dann muss man diese grüne, äh, das grüne Stückchen, muss man dann eben außerhalb von Quantum Travel ganz normal, äh, in SCM Speed, da, oder in diesem schnelleren, äh, kann man dann da hinfliegen und das ist halt je nachdem, wo, wenn ihr hier schon sieht, die grünen Pfeile sind halt durchaus verschieden und das zieht sich natürlich ewig lang hin, weil es alles nicht so richtig schnell fliegt oder wie auch immer man sagen will, also es dauert einfach zu lange und jetzt haben sie sich da zwei Möglichkeiten ausgedacht, äh, die sie Chris Roberts vorschlagen wollen, äh, wie sozusagen dieses Problem für die Spieler gelöst werden könnte. Also, äh, das müsste jetzt jeden Moment, müsste er das runterscrollen und dann würden wir die erste Möglichkeit sehen, äh, da haben wir sie, und zwar hat man weiterhin halt diese roten Punkte, wo man Quantum Traveling machen kann, aber dann gibt es halt noch weitere, ähm, weitere diese grünen Punkte, hier sieht man die, ja, sieht man, äh, die dann um den Planeten so als Netz drumherum gelegt werden und dort kann man dann eben auch, äh, in, in einem schnelleren Modus hinfliegen und hier an der Seite diese, äh, Kugeln, diese, äh, Polygonkugeln, äh, die zeigen dann halt, je näher man an den Planeten rankommt, desto mehr bilden dann diese, diese grünen Punkte eine Kugel und über diesen Vorgang könnte man dann halt, äh, sehr dicht sozusagen an das Ziel, äh, mit Quantum Travel rankommen und dann eben nur ein, äh, gleichmäßig, oder, ja, äh, also immer ungefähr den gleichen Weg dann runter auf den Planeten fliegen, also man kommt immer, äh, durchschnittlich berechnet oder, ja, durchschnittlich hat man immer den gleichen Weg, äh, über dieses, dieses Verfahren. Ich muss dich leicht berichtigen, und zwar, die Kugeln werden runder oder genauer, weil das einfach aus mehreren Punkten besteht, eben, dass so, wenn du halt einen recht kleinen Mond hast, reichen vielleicht noch sechs Punkte, damit du nur zwei, drei Kilometer fliegen musst, aber hast du halt einen großen fucking Gasriesen, dann brauchst du halt ein paar mehr Punkte, ansonsten bist du mit sechs Punkten quasi am Arsch der Welt, vertrautlich gesehen, und deshalb werden die Punkte einfach nur, die Kugeln werden runder, weil die Netze selbst kleiner werden, weil man mehr Punkte hat, Also ich habe gerade die Uhr gestoppt, ich bin von 32 Kilometer senkrecht runtergegangen auf dem Boden mit der Recrema, und der Landevorgang hat circa 20 Minuten gedauert. Und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, ob das diskutabel ist. Also gerade auf die Thematik, Jesse, man hat abends nicht mehr so viel Zeit, wenn man von der Arbeit kommt, und man braucht von Polisar bis zum irgendeinem Stützpunkt und ist da irgendwie 40 Minuten unterwegs, und wir reden jetzt noch nicht mal, dass der Quantum 12 das größte Problem ist, um das Schiff heil runterzukriegen, und ich habe mit Joystick geflogen, und ich bin noch nicht wirklich nach 40 Stunden intensiv SC-Spielen jetzt ganz ungeübt gewesen, braucht 20 Minuten für den Landevorgang, vielleicht optimiert man ihn dann vielleicht auf 15, aber über was reden wir hier? Da kommst du halt auch drauf an, welches Schiff. Also ich glaube, mit dem Beclaimer soll jeder ein bisschen gezwungen werden, vielleicht eher im Alt zu bleiben, als Landemanöver zu machen. Keine Frage, aber 15 Minuten ist zu lange. Ich glaube, mit Umgang geht es schneller. Ihr wisst, sage ich schon oft, aber ich glaube, das werden Sie, also Sie haben das Problem ja schon mal erkannt, dass es da ist, und jetzt machen Sie mal den ersten Versuch und versuchen es in dem jetzigen Konzept zu halten, aber Dr. Steinschneider, ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird es trotzdem noch zu lange dauern, und dann wird man sich andere Sachen überlegen müssen. Okay, also das war das erste. Phobos, ja, du hast recht, was hier auf dem Bildschirm steht, soll es anhand der Planetengröße, dann muss ich nochmal reinhören. Ich habe das vorhin, was er dann auf der Tonspur gesagt hat, hat sich für mich nach dem angehört, was ich gesagt habe. Also, wer weiß, vielleicht hatte er da auch ein Blackout und hat das nicht richtig gesagt. Keine Ahnung. Muss man nochmal genauer reinhören, dann, aber ich habe es halt andersrum verstanden. So, und die zweite Variante, das ist diese hier, dass man eben, dass man Dalevsky hat, man hat die Atmosphäre von dem Mond und was man jetzt macht, dass halt diese Lande, Bereich sozusagen, so hoch zieht, dass er über die Atmosphäre drüber weggeht, das seht ihr jetzt hier, und dass man dann direkt sozusagen an diesen Außenpunkt der Atmosphäre, also dieser Landezone um Levsky dann ankommt, also sprich, den Quantum Travel, von wenn man hier ist, im Bogen um den Planeten bis dahin, also dass man in der Nähe, also über Levsky, dann in einem gewissen Radius drumherum, immer noch im All natürlich, dann ankommt. Das wäre die andere Variante, die sie überlegt haben. Und dass diese beiden Varianten, und vielleicht haben sie auch noch mehr Varianten, die sie uns jetzt nicht gezeigt haben, die sollen jetzt demnächst dann Chris Roberts vorgestellt werden, und er wird dann entscheiden, was ihm am liebsten ist, oder in welche Richtung das Team weiter überlegen soll. Ich freue mich. Ja, also irgendwas müssen sie tun, damit das besser wird. Das ist, denke ich, klar. Jack? Ich finde die zweite Variante auf jeden Fall viel sinniger und logischer, als so ein Gitter drumherum zu machen. Ich weiß nicht, das ist so undynamisch, würde ich mal sagen. Das zweite System ist wesentlich dynamisch, oder kann man wesentlich dynamisch auf so Punkte setzen. Das ist der abhängige vom Lande-Sing und nicht von irgendwelchen Positionen in der Atmosphäre. Das zweite System hat den sehr großen Vorteil, dass du natürlich direkt um den Planeten herumfliegen kannst. Nein, das geht nicht. Ja, was ich meine ist, es hat für mich einen gewichtigen Lore-mäßigen Nachteil. Wir fliegen mit 10% Lichtgeschwindigkeit und wir lenken dabei. Nein, das geht nicht. Das habe ich auch falsch verstanden. Das habe ich falsch verstanden. Das habe ich genauso falsch verstanden. Da steht nämlich auf der Zeichnung, du musst schon gerade hinfliegen. Aber der Punkt, wo du da rankommst, ist halt in der Bubble von der Landezone. Also der Text ist sehr eindeutig. Der hier daneben steht in rot. This system creates a spline to quantum travel to Levski in a single QT-Jump. Also wenn du da unten bist und du kannst ja nicht in gerader Linie hinfliegen, dann steht da, dass du einen einzigen Jump machst. Und das heißt, genau das, was Vogus gesagt hat, man muss in grummer Linie dahin fliegen, weil es anders nicht geht. Dann müssen sie sich halt ein System ausdenken, dass man im Quantum irgendwie eine Kurve fliegen kann. Mal ganz ehrlich, wenn sie sich was dafür ausdenken, damit es funktioniert, bin ich der Letzte, der rumschreit, das geht aber nicht. Mein Gott, dann geht es halt und das wäre eine schöne Variante. Das Einzige ist noch aktuell. Es ist halt so, ich ärgere mich auch, wenn ich einen längeren Anflugweg habe auf dem Planeten runter. Aber wenn ich halt direkt vor der Station ankommen könnte bei Levski und innerhalb von 30, 40, 50 Sekunden in der Station drin bin, habe ich halt diesen Moment nicht mehr, dass ich denke, ich habe was geschafft, dorthin zu kommen. Weil so aktuell ist es halt so, ich will irgendwo auf dem Mond irgendwo ein bisschen Erz abholen als Händler, dann springe ich hin, das dauert fünf Minuten, na gut, aber ich habe halt diesen epochalen Moment, dass ich denke, okay, ich habe wirklich was geschafft, weil ich bis dorthin gekommen bin. Muss man sich alles überlegen, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ja, die zweite Variante ist schon sehr cool. Also, wenn ich hier gerade im Chat lese, 15 Minuten, damit könnte ich ja sogar leben. Wenn ich aber irgendwie 400 Kilometer mit so einem Riesenpot, ich rede jetzt ganz wieder bewusst von einem Reklaimer, 400 Kilometer entfernt bin und brauche nur für die Landung 20 Minuten. Wie schon gesagt, man kann es vielleicht auch 15 Minuten nur für den Lande vorgaben, wir reden hier von einem Abstand von 32 Kilometer, um das Ding heil aufzusetzen und vernünftig, ohne irgendwo gegen zu knallen. Also insgesamt dann reden wir mal ganz schnell über 25 Minuten. Dann muss ich dir sagen, dass wir das zu viel über 5 bis 10 Minuten brauchen. Du musst rechnen, wenn du über ein Target bist und 400 Kilometer, die hast du ja auch mit anderen Raumschiffen, die besser, schneller landen können. Keine Frage. Irsche Zeit ja auch, das ist ja auch die Irsche Zeit. Das ist ja das System, was hier, dass du schneller an den, sagen wir mal, 40 Kilometer bis zur Atmosphäre bist. Also wie schon gesagt, mit über 10 Minuten bin ich der Letzte, der da ein Problem mit hat. Aber 25 Minuten, um es mal jetzt in den absoluten Zahlen zu sagen, von dem letzten Quantensprung, wo ich raus bin, bis auf die Planetenoberfläche an der Station, wo ich hin wollte, das ist mir zu viel. Ich kann es mal so sagen, also angenommen, man möchte auf den aktuellen Mondlandschaften landen. Na gut, da ist es eh ziemlich langweilig in Anführungszeichen zu landen. Aber wenn ich mir ein Planet wie Hurston überlege und Städteregionen, wo ich sage, okay, ich komme mit meiner Reclaimer an, ich lande irgendwo oben im Orbit relativ nahe, brauche zwei Minuten nochmal, bis ich runtergeflogen bin, alles cool. Aber dann lande ich halt im Außenbereich einer Stadt, muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt rein, in meinem Landegebiet, in der Station, muss ich irgendwie nochmal ein paar Geschäfte, muss mit Leuten schnacken und wieder raus. Also bis ich quasi dann an meinem konkreten Zielort bin, vergehen ja immer noch bedeutend große Zeitintervalle, sagen wir es erst mal so ganz vorsichtig. Und nur weil ich halt schnell gelandet bin, heißt es eben nicht, ich bin schnell da. Und dann hast du ja immer noch diesen von mir halt relativ stark gewünschten Erfolg. Ich bin wo angekommen, ich habe ein Erlebnis. Und nicht nur, okay, ich bin da, wo muss ich hin und 30 Sekunden später bin ich wieder weg, bin ich wieder weggedonnert. Also kann man sich halt alles ein bisschen zurechtlegen. Und ich gebe dir völlig recht, schnellere Landung, ja, 20 Minuten Landanflüge sind nicht gut. Ich glaube, Steinschattel, die 20 Minuten, da hast du die wirklich, wenn du 300 Kilometer weg warst. Ich habe 25 Minuten gebraucht, als ich ungefähr 615 Kilometer, ich habe gerade nochmal meine Aufzeige geguckt. Also ich habe 25 Minuten gebraucht. Also du warst 615 Kilometer weg. Ja, weil der Landeposten, wo ich da war, bin ich einmal hingesprungen und da habe ich geguckt, aha, da waren es 516, dann bin ich nochmal zurückgesprungen. Also gut, ich hätte 100 Kilometer abwürzen können. Kleiner Tipp, zwischen Quantum-Pfeuble sucht, dann aus der Gegenüber liegt und dann in der Mitte das Quantum-Pfeuble versuchen abzubrechen. Am besten mit Ausschalten vom Schiff, dann hast du, wenn du es gut hinkriegst, hast du die Hälfte von der Strecke. Gut, keine Frage. Habe ich zwar versucht, hat erregungmäßig bei mir nicht funktioniert. Ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt aber wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich Power-off machen müssen. Ich habe nur Engine ausgeschaltet. Klar, aber darum geht es ja. Wir haben ja vorgesprungen. Ganz kurz, wenn wir das System, was wir da machen, Reinhard, da bist du ja dann, die Bubble wird dann so berechnet, wie die Atmosphäregröße. Das heißt, es kommt auf die, bei Planeten wird es wahrscheinlich länger dauern, bei Monden bist du wahrscheinlich schneller unten. Hier kommt schon relativ direkt an und hast dann die 35 Kilometer vielleicht noch oder die 50 Kilometer. Und da bist du ja dann auch schneller runter. Ja, keine Frage. Alles toll. Aber ich bin schon mit einem Capital Ship, wie die Reclaimer eine ist. Large Ship, nicht Capital. Es ist kein Capital Ship. Die Starfall wird auch als kleinste Capital bezeichnet und die Ding ist nicht wirklich kleiner. Das ist schon eine Capital Ship-Klasse, eine von den kleineren. Damit ist es sonst so, dass ein Landeanflug schon lang und schwierig sein soll, weil die Schiffe eigentlich nur im Notfall zum Landen gedacht sind. Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt und Chip, okay, auf der Chip-Matrix, ich weiß, kann man sich lange überschreiten, wird sie anders betitelt. Egal. Ich will jetzt auch nicht nur in die Kackerei machen. Jack, ich bin ja grundsätzlich bei dir und du hast vollkommen recht, so ein Schiff gehört ins Weltall und nicht auf dem Boden. Mir geht es aber nur darum, dass die Beclema jetzt das erste Schiff ist, wo man mal ein Gefühl bekommt, was große Schiffe angeht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir noch größere bekommen, wie schon gesagt, alles in Ordnung und es darf auch irgendwie Atmosphärenstörung geben und gewisse Planeten, da dauert das eine halbe Stunde, alles überhaupt kein Thema. Nur wenn man jetzt mal mit so einem Pott unterwegs ist, warum auch immer und da hat Donnergroll alles für mich irgendwie auf den Punkt gebracht, irgendwann kommt auch eine Ermüdungserscheinung. Und wie schon gesagt, wenn ich abends von der Arbeit komme und habe zwei Stunden Zeit, nach so viel, dass man daran angaben wird. Aber ich glaube, wenn du mit dem Reclaimer unterwegs bist, sollst du nicht nur fünf Minuten Zeit nehmen. Nein, ich sage nur zwei Stunden. Ja, weil der Reclaimer ist ein Schiff, wo du wirklich dir mit Leuten Zeit nehmen musst, um überhaupt mal reinzunehmen. Wenn du wenig Zeit hast, nimmst du Aurora oder einen kleinen Jäger oder einen kleinen Ding und dann bist du nämlich in der Zeit. Also in einem großen Schiff, wo du mit mehr Leuten unterwegs bist, das sind normal fünf Minuten gar nichts. da ist eine halbe Stunde nichts, weil du erst mal dich mit den Leuten auch absprechen musst, was du tust. Und da ist einfach die Zeit nichts. Wenn du natürlich, also die Reclaimer ist nun mal kein Single-Schiff und da sind nun mal 20 Minuten Spielzeit überhaupt nichts. Das ist gerade mal einsteigen und losfliegen im Grunde. Wie gesagt, das ist ja einfach nur Wünschen. Wir sehen ja daran, dass sie irgendwie versuchen, daran zu arbeiten. Sie würden keine Lösungsvorschläge für Chris Roberts vorbereiten, wenn ich wahrscheinlich der Einzige bin, der sich wünschen würde, dass man vielleicht ein bisschen was als Unterstützung bekommen könnte. Ja, die Quantum-Trival-Punkte sind wirklich zu wenig. Das auf jeden Fall. Da gebe ich dir aber recht. Man muss schon ein bisschen näher an die Atmosphäre herankommen, wo man hin will. So viel würde ich einem Computersystem schon zutrauen, dass das irgendwie macht. Also ich habe noch eine Frage einmal, Dr. Steinschneider. Als du jetzt die 35 Kilometer, also praktisch nur von einmal runterfliegen sozusagen, durch die Atmosphäre, wie lange hat das dann gedauert jetzt mit der Reclaimer? Oder hast du das jetzt nicht? Ich sage ja zu. Ich habe also die Atmosphärenanzeige wird bei dem Mond, wo ich war, ab 30 Kilometer angezeigt. Ich bin senkrecht runter. Also ich stand unter dem Stützpunkt 500 Meter plus minus, möchte ich mal sagen, plus minus 100 Meter bin ich senkrecht runtergegangen. Und ich meine mich zu erinnern, dass das alleine bei 18 bis 19 Minuten landet. Ich bin aber auch vorsichtig. Also die gesamte Landeprozedur, vielleicht, dass ich 800 Meter, 600 Meter davor bin, aber diese Zeit meine ich alleine mit 15 Minuten. Das kommt ungefähr hin. Das kann aber auch an technischen Schwierigkeiten liegen, weil wenn du zur Zeit mit der Reclaimer zu schnell runtergehst, dann knallt sie die auf den Boden auf. Also deswegen, wenn die Systeme vernünftig greifen, möge es schneller gehen. Ich kann jetzt nur vom Patch D reden. Und das heißt also, dass man schon wieder gegenbremsen muss, weil bevor die Anzeige, die den Abstand zum Boden anzeigt, wieder aufhört und langsam steigt. Manchmal zwei Kilometer fällt das Schiff, obwohl du mit allen Triebwerken dagegen steuerst. Und wenn du das Schiff nicht gleich zerstören willst, daher diese lange Zeitperiode, um das genau zu erklären. Ich glaube, was da auch fehlt, ist eine Warnanzeige hier, Way of New Return bei so großen Schiffen, wo du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt nicht Gegenschub gebe, dann ist es vorbei. Und deswegen fliegt man, glaube ich, mit der Reclaimer. Vor allem, wenn man gerade den aktuellen Patch nicht genau weiß, ab wann man da bremsen muss. Ich weiß es von frühen Patches, bin ich auch nur mit der Reclaimer. Beim ersten Mal bin ich auch aufgeschlagen. Und wenn man dann nicht so einen groben Punkt weiß, wo man dann spätestens abbremsen kann, dann ist man auch schneller unten. Das ist logisch. Also das sollte natürlich dann irgendwann ein Bordcomputer für dich ausrechnen. Zumindest so grob, dass du so einen groben Zeitraum hast. Alle Zeiten genannt haben, liegen daran, dass die ganze Steuerung und Mechanismus für die Reclaimer nicht funktioniert. Ich habe nur da einen Schock bekommen, auf die Uhr geguckt und ich kann ja, wie gesagt, mich nur auf den aktuellen PTU-Patch beziehen. Ich habe ja auch versucht zu erklären, wie diese Zeiten zusammenkommen. Aber wie schon gesagt, aufgrund ja dieser Frage und aufgrund der Antworten sehen wir ja, dass da vielleicht von der Richtung, die ich damit andeuten wollte, dass ich da nicht eben auch so ganz alleine da stehe. Ja, okay. Wir haben also eine Sache hier noch zu diesem Thema. Und zwar hat derjenige, der Rob Reininger, der das ja erzählt hat, Er hat das so dargestellt, dass seine Präferenz das erste System wäre. Also dieses hier mit den dynamischen NAV-Punkten, die um den Planeten drumherum oder den Mond drumherum gelegt werden. Und das zweite System hat er jetzt eher als zweite Wahl vorgestellt. Also keine Ahnung, ob das jetzt die mehrheitliche Meinung von den Entwicklern ist oder ob das jetzt seine persönliche Meinung gesorgt ist, wollte ich nur sagen, dass er da eher in die Richtung des ersten Systems argumentiert hat. Tendenziell kann ich mir halt vorstellen, das erste System ist relativ einfach umgesetzt. Du musst einfach nur mehr Quantenpunkte hinzufügen und dann ist es mehr oder weniger fertig. Am zweiten brauchst du halt schon ein bisschen arbeiten. Ja, beim zweiten musst du... Erstes stelle ich mir recht unübersichtlich vor. Also vielleicht kann man da dann Punkte ausblenden und Zeug, aber ich finde das System so ziemlich unübersichtlich, außer ein Computer berechnet die Route für dich und du musst da gar nicht den auswählen, sondern der wird automatisch gewählt. Aber das reicht auch. War noch nicht so ganz klar, wie es gemeint am Fokus. Vielleicht hast du ja die sechs Oberpunkte, ich nenne sie mal so, wie jetzt auch drin, quasi als Hauptpunkte und je nachdem, wenn du halt da bist, öffnet sich dir ein zweites Netz aus. Okay, im Abstand von 100 Kilometern irgendwie und 100.000 Kilometern hast du quasi nochmal so Tortenring-artig wieder was, wo du hinspringen kannst. Das wäre ja relativ einfach machbar. Ja, aber da musst du ja mehrfach springen, oder? Ja. Was ich dann aber als das kleinere bezeichnen würde. Aktuell springe ich auf der Star-Map-Karte auch erst zum Planeten, zoome runter, wenn ich dann beim Eindruck bin, kann ich mir den zurechtdrehen in die Richtung und drehe mir den hin. Wenn ich das Ziel angeben kann, ich möchte zu dem Nachpunkt, geht da quasi doppelt drauf und dann springt er mir den hin ordentlich und zeigt mir darunter nochmal ein paar Punkte. Warum nicht? Also ich, okay, sowas, 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 so wäre es cool. Also Fritz-Scheppard-Kommander hat das glaube ich ganz gut gerade im Chat, ich muss das ja nicht weiter vorlesen, jeder hat den ja auf, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Sowas in der Richtung wird bestimmt auch kommen. Also ich bin da, wie gesagt, ganz optimistisch, dass wir sowas sehen werden und das braucht man auch, weil jeder, der eben einen anderen Flugsimulator jemals im Leben gespielt hat und wenn es einer aus den 90er Jahren war, weiß, dass man sogar da schon ein paar Anzeigen mehr hatte als zur Zeit. Fobas, wie hast du das gerade nochmal gemeint, ganz kurz mit den Jumps runter? Also wenn ich halt zum Beispiel jetzt mir die Star Map angucke und ich möchte nach Port Olisar, ich bin irgendwo auf einem Mond, dann klicke ich eben auch den entsprechenden, kriege ich Crusader an und werde reingesuppt und dann sehe ich quasi die Umrundung, das Hauptaugen, das nahe Gebiet von Crusader und kann dann eben Port Olisar anklicken und dann möchte ich halt zu irgendeinem Mond, dann klicke ich den doppelt an, ich werde reingesuppt auf die Position, kann mir das angucken, dann werden mir dort eben, wie ich jetzt auch, sechs oder acht primäre Punkte werden angezeigt und die Gebiete und die Positionen auf dem Planeten der Örtlichkeiten, also die Points of Interest und wenn ich dann sage, okay, der ist relativ dicht an, Punkt eins, klicke ich da doppelt drauf, der Planet wird mir hingedreht in die Richtung, dass ich gut drauf gucken kann und mir werden kleinere Unterpunkte angezeigt, so im Prinzip auch, als würde ich auf einem Autobahnnetz bei Google Earth irgendwie reinzoomen, auf dem Straßennetz auf der obersten Schicht sehe ich halt nur die großen Autobahnen, zoome ich rein, sehe ich irgendwie die großen Landstraßen und dann kleiner, 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 dass man sich so reinarbeiten kann. Du musst natürlich irgendwie eine Art von Übersichtlichkeit gestalten, weil wenn du um den ganzen Planeten herum 20, 30, 40 Jump Points hast, die du mehr oder weniger alle direkt anwenden kannst, das ist ja viel zu unübersichtlich, wie es schon jetzt werden könnte, wenn zu viele Points auf Inschluss generell da wären. Was ich eigentlich viel besser, cooler finde, eigentlich, das geht zwar in die Richtung des zweiten Modells, aber eigentlich so, dass man auf seiner MobiGlas Sachen, die irgendwie erforscht sind, beziehungsweise im Radarreichweite sind, das heißt ja trotzdem noch Quantum-Travel-Reichweite, dass man da einfach einen Punkt setzen kann und da hinspringen kann. Das fände ich viel sinniger und logischer in der Zukunft so etwas zu machen, dass man dann sagen kann, okay, da ist der Punkt, wo ich hin will. Ich setze den Punkt jetzt, was weiß ich, in der Atmosphäre natürlich nur, kann ich ihn setzen, davor und springe dann dahin. Dann brauche ich weder eine Bubble um so ein Target rum, noch brauche ich das Gitter um den Planeten rum. Auch bestimmt ein super Ansatz. Ich würde mich über beide Wege freuen, weil wie gesagt, auch wenn wir hier Sci-Fi im 29. Jahrhundert sind, ich glaube, wir können das ganze Thema um, ich will das jetzt nicht abwürgen, die Diskussion, aber ich glaube, wir sind durch, ja, sicher auch so. Ich will nur sagen, Unterstützungssysteme, wo alle Vorschläge, die wir hier besprochen haben, irgendwie alternativ, am besten alle integriert sind, das wäre schon sehr wünschenswert. Ich glaube, sowas machen sie dann auch. Also, Chris Roberts kriegt die Vorschläge und er wird entscheiden und mal gucken, was wir am Ende dann sehen werden. Okay, damit haben wir das erste Thema für heute geschafft. Das ist Calling All Devs gewesen, das war die letzte Frage und jetzt machen wir weiter mit dem, mit der Hercules Starlifter oder dem Starlifter, keine Ahnung. Das kommt jetzt als nächstes. Okay, Thema. Das ist das nicht ein schönes Schiff. Ich habe mich gleich verliebt. Genau, sag schon mal was. Ich werde das hier mal einblenden, einen Moment. Aber warum hätten Sie das nicht gleich als kleinen Hangar noch gemacht und nicht nur als Panzerprodukt? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Schiff gesehen und wusste nur gleich, also einfach vom Design. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich gleich sagte, Aben. Also, ist Wahnsinn, keine Frage, aber man muss dafür auch die Verwendung haben, aber ich finde das einfach vom Design-Konzept. Ich sage ganz ehrlich, für mich ist es mit das hübscheste Schiff, was ich seit ganz, ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Mich hat das Schiff total an den großen Bomber aus dem Film Avatar erinnert, wo dann auch Bomben rausgeschlossen werden. Der hat auch so ein ähnliches Design, so die Richtung von oben, so die Grundform, die vier Düsen an den Seiten, so irgendwie, ja, da hat einer sich inspirieren lassen. Und aus der realen Welt, ist das vielleicht eine Antonov oder sowas in der Richtung? Na, die Antonov ist nicht so schön. Was mir aufgefallen, ist das Schiff sieht so ähnlich aus wie der Franzose auf dem T-Shirt das Schiff von dem, auf dem T-Shirt, also der hat doch so ein T-Shirt auf mit so einem Raumschiff und so einer Frau. Ich glaube, das war doch der, der Tonk gesagt hat. Und da müsst ihr mal vergleichen, das kommt mir irgendwie ähnlich vor, so vom Grundprinzip wie das Schiff. War das nicht sogar der Designer, der es entworfen hat? Oder war das nicht? Wie auch immer, ich finde es auf jeden Fall, ist es nicht hübsch? Da hast du sogar recht. Gut, also, was haben wir jetzt hier? Herkules Star Lifter gibt es in, also wir sehen es ja hier, in drei Varianten. Das müsste jetzt hier die Basisvariante sein. Oder, ne, das ist nicht die Basisvariante, das ist die Military Variante. Müsste das sein? Gut, aber gehen wir einfach mal, lassen wir es hier mal weiterlaufen. Und, ähm, also was haben wir? Wir haben die Basisvariante, Militärvariante und das Gunship. Äh, die Basisvariante ist, äh, halt Cargo, ähm, hat vier bemannte, vier bemannte Geschütztürme und hat halt dieses weiß-rote Design da. Es passen, wie ihr da schon seht, so zwei Sonova-Panzer rein. Es sind zwei Ebenen das Schiff, also untere Ebenen ist Cargo und obere Ebenen ist dann die Kuh-Quartiere und die Brücke und das ganze Zeug. Bei der, ähm, Militärvariante gibt es da natürlich, äh, mehr, also, mehr Waffen auf der einen Seite, aber dann auch noch, äh, mehr Cargo im Vergleich zur Basisvariante. und beim Gunship hat man die Hälfte Cargo und die Hälfte, die man nicht Cargo hat, da kann man dann, äh, Bomben, äh, sich einlagern und die können dann abgeworfen werden, so dass man ein Bombardement auf der Oberfläche, äh, starten kann. Oder halt auch im Weltall, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das im Weltall sein wird. Fakt ist, wir brauchen so ein Schiff, also jeder, der sich ein Nova-Tank gekauft hat, ich hab keinen, oder Tonk, um da mal bei der Redewendung zu bleiben, die ich auch immer wieder im Chat lese, äh, ja, wir brauchen Transporter, war eigentlich klar, dass er kommt, wer weiß, was bei der Garag vielleicht noch passiert, vielleicht passt er da auch noch rein, ich mein, ich bin nach dem letzten, äh, ATV ein bisschen irritiert, kann sein, dass die Garag auch noch um 50 Meter wächst, wundern wird es mich mittlerweile nicht mehr, dass die auch einen Hangar kriegt, wo ein Tonk vielleicht auch reinpasst, aber wie schon gesagt, ähm, grundsätzlich ist es notwendig und, äh, ich freue mich darüber, dass es ergänzt wird und was die Bombageschichten angeht, also wir werden wahrscheinlich auch so für solche Szenarien, äh, ein Bodenkrieg, der wird kommen, sonst hätten wir keine Panzer, na, ist das mal so. Ja, man sieht es ja hier in den Bildschuhen, Panzer, äh, da liegen noch irgendwelche Raketen oder was das sind, drum, wir haben dieses Schiff, was Bombardements machen kann, die ganzen Bodenfahrzeuge, also, und der Platz ist ja auch da, auf den ganzen prozedural generierten Planeten. Also, okay, also das ist die Militärvariante und, also, das ist der Entwickler von dem Schiff oder Designer und jetzt lasst mich hier mal ein bisschen weiter, dass wir auch noch das Gunships sehen, das müsste jetzt ja eigentlich jeden Moment zu sehen sein. Da haben wir es, äh, wo man dann das, alles stürmen kann auf dem Boden. Von der Größe her, das Schiff, äh, ist 100 Meter lang, 70 Meter breit. Die Höhe hatten sie jetzt hier nicht genannt, aber die werden wir dann nächste Woche, am Freitag, also in einer Woche, gibt es dann den Verkauf, den Sale, von dem Schiff. Und, ja, wahrscheinlich wieder wie bisher, dass man dann am Donnerstag schon, äh, diese Vorverkäufe sozusagen hat, äh, mal gucken. Äh, Ich habe gerade im Chat gelesen, was, was denkt ihr denn so, was der Preis sein wird nächste Woche? Wenn das Ding wirklich bei der Polaris-Klasse angekommen ist, dann läuft da irgendwas falsch passiert. Ich sage es mal ganz böse. Ich meine, ich würde mich fast freuen, wenn ich das austauschen könnte, meiner Flotte, aber, ähm, ähm, ich sage es mal ganz ehrlich, also 450 bis 550, das ist schon, man muss sich mal überlegen. Ich weiß ja nicht, wie viele, wie lange Leute dafür arbeiten müssen, aber ich meine, über die Schiffspreise, ich will jetzt keine neue Diskussion darüber führen, aber, also, wenn es wirklich die 500 Euro durchschlägt, okay, Package mit zwei Tonks dabei, von mir aus 800, das mag ja dann gut sein, aber ansonsten 500 Max, also das ist sonst, langsam wird schwierig, echt. Ich persönlich glaube auch, dass eine 4 vorne stehen wird, also irgendwas 400, 450 irgendwie um den Dreh überrechne ich fast, muss man leider sagen. Also, wenn ich überlege, dass allein die, ähm, Vanguard Harbinger 300 Ogras gekostet hat, dann wird das mindestens, also die Standardvariante mindestens 400 kosten und wahrscheinlich die Militäre wahrscheinlich Richtung 7, 800 laufen. Naja, das Ding ist, du hast natürlich nicht ganz Unrecht, ne, wenn man sich natürlich den Preis von der Hammerhead anguckt, ich meine, das Schiff ist 115 Meter, das lag bei 650 Dollar um den Dreh. Also, ich meine, klar, ich sage ja 500, ich würde es schwierig finden, aber wie gesagt, auch die Hammerhead, die hatte einen Preis, wo ich so dachte, ja, ist klar, das war jetzt ironisch gemeint, ich hoffe, das ist bei allen angekommen, ja. Oh, es gibt die Preise wohl schon, was? Oder Silence postet sie gerade, oder sind die gemacht, sind die gebaut? Äh, also, wenn der Verkauf nächste Woche erst stattfindet, das würde mich jetzt wundern, aber wir können ja einfach mal auf die, auf die Seite schauen, ja. Aber er hat einen Spyder dahinter. Fake News! Fake News! Könnte Fake News sein, Er wird wahrscheinlich Fake News sein. Also, wenn ich die Preise sehe, würde ich sagen, es ist Wunschdenken, also, ist nicht bös gemeint, aber die Eclipse alleine hat schon 275 Dollar gekostet, der Harbinger 280 ohne Mehrwertsteuer, also nur US-Dollar Preise ohne Steuern. Äh, also, toll, ich hoffe, dass es stimmt. Obwohl die Preise nicht freuen, wenn es stimmt. Die Preise sind ja fast Warbound, die Military 600 und 700, also so falsch geschätzt sind die, glaube ich. Aber doch nicht inklusive Cyclone für 400, ich bitte dich. Der Cyclone alleine kostet doch schon 60. Also, wie gesagt, wenn es so ist, ey, ich bin der Letzte, super, ist gebong, Quiz guck's dir an, bitte noch billiger machen. Super. So, also, ihr habt sicherlich alle draufgeklickt, was Silence gepostet hat im Chat. So, okay, was haben wir noch hierzu zu sagen zur Starlifter? Ähm, ja, natürlich das Design von der Starliner-Serie haben sie da fortgeführt. Da gab's auch ein Bild, gucken wir mal. Äh, das war hier. Und da haben sie, äh, das war der, das ist die Starliner und da haben sie halt, haben sie erklärt, dass sie verschiedene Design, ähm, das Design sozusagen da angepasst haben, dass das so, weil das, also das ist von der gleichen Firma sich anfühlt. Okay. Aber dagegen sieht man mal, wie sich auch die Konzepte verändern, ne? Also der Starliner sieht dagegen richtig hässlich aus. Also ein bisschen, ja, also, ähm, okay, also das war das. Jetzt haben wir noch, ähm, ein bisschen die Entwicklung des Schiffs, wie sie angefangen haben. Also diese typischen Zeichnungen für verschiedenste Varianten und wo dann Chris Roberts jetzt immer sagt, hier, das gefällt mir, da gefällt mir der vordere Teil, der hintere Teil und so weiter. Und da gibt's glaube ich noch ein paar mehr. Gucken wir mal. Ne, das ist jetzt schon dann das, das Modell. Okay, ansonsten, äh, was haben wir noch? Äh, das Schiff hat, äh, Vitals. Also sprich, es kann dann überall landen. Es hat die Nova-Panzer, das haben wir ja schon nicht gesagt. Und dann vorhin in RT, RTV, also Reverse deverse, wurde noch, ist ja noch mehr erzählt. Ähm, und zwar, ja, was und Reverse deverse, ich wollte mal kurz einspringen, damit du alle was rausrumpen kannst. Äh, was in dem Seben, in dem Lebenssatz erwähnt wurde, von dem französisch sprechenden Herrn, war, auf die Frage hin, ob man einen Panzer auch reparieren können wird, in dem Schiff, oder ist es wirklich nur zum Transport gedacht. Deshalb hat er gesagt, dieses Schiff ist nur für den Transport gedacht, für die Reparatur, und so was wird es andere Möglichkeiten geben. Jetzt überlege ich, Crucible, eher schwierig, also kriegen wir noch ein Schiff irgendwie, das Bodenfahrzeuge reparieren kann. Wahrscheinlich. Bestand. Das würde ich nicht unangenehm. Also du brauchst ja, wenn du Bodenkrieg machen willst, brauchst du alles, was für einen Bodenkrieg notwendig ist. Obwohl ich glaube, einen Panzer kannst du auch mit dem Werkzeug teilweise reparieren. Das stimmt natürlich. Oder auch mit allem, was irgendwie, mit der Crucible im Grunde auch, du musst halt nur daneben landen und reparieren. Aber dann, wo könnte man es ja auch im Hangar von der Starlifter reparieren, wenn man es von Handeln kann. Ich denke mal, theoretisch kann man es überall reparieren. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich speziell, also Tiefenreparatur gedacht. Also nicht nur, mit dem Handwerkzeug kann ich ja nur einen gewissen Grad reparieren und nicht alles. Dann sollte der Leo hier das Maß der Dinge sein, weil der kann ja den eigenen Motor rausnehmen. Der gute deutsche Leopard, den gibt es als Marder, glaube ich, als quasi Wartungspanzer. Gleiches Chassis, aber oben anderes Equipment drauf und der kann seinen eigenen Motor wechseln. Ja, ja. Okay, dann gehen wir ja noch durch. Also 11. Mai geht der Verkauflos, also nächste Woche Freitag. Dann haben wir die in dem FAQ, also in den Fragen und Antworten, die es dann in der nächste Woche geben wird, werden sie auch das Bombardieren da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was da oder nein, die FAQ gibt es natürlich dann erst danach, wenn der Sale losgeht, aber da wird dann auch zum Bombardieren noch mehr gesagt, da konnten sie jetzt, haben sie jetzt also heute vorhin noch nicht so viel zu gesagt, beim Gunship kann man, soweit ich es verstanden habe, auch zwei Panzer reinbringen. Da könnt ihr mich im Chat gleich berichtigen, weil er hat dann danach erzählt, dass man nur von vorn oder nur von hinten reinfahren kann und dann wurde es undurchsichtig, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hätte es so verstanden, dass das Gunship, auch das Gunship, obwohl es nur die Hälfte von Cargo hat, trotzdem die beiden Panzer mitnehmen kann. Das habe ich anders verstanden und zwar die vordere Luke ist für die Zuladung des Panzers gedacht und hinten raus kannst du die Bomben rausschmeißen. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft, die Bomben in die eigene Flugbahn zu werfen. Daher die Bomben hinten raus und theoretisch, wenn man keine Bomben drin hat, könnte man den zweiten Panzer mitnehmen, weiß ich aber nicht, weil da sind ja vielleicht auch Vorrichtungen für die Bomben vorgesehen, aber eigentlich kann man nur dann einen Panzer mitnehmen. Ja genau, da war ich mir nämlich nicht sicher, weil im ersten Satz sagt er, es sind zwei Panzer und danach erklärt er das, was du erklärt hast. Deswegen, ich weiß es nicht ganz genau, müssen wir abwarten, was nächste Woche rauskommt. Also Tessi, nochmal ganz kurz zu der Info, die gepostet worden ist, ich musste mich jetzt erstmal in meinen Account einloggen, die stimmt. Es ist wirklich so. Also es gibt noch einen Link, den siehst du gerade. Sorry, dass ich Fake News gesagt habe, ich konnte es mir nicht vorstellen. Da gibt es noch ein Link von Silence, ja tatsächlich, ich musste mich eben nur einloggen, ich gucke ja auch nicht jeden Tag auf die Webseite und schaue mir die von oben bis unten an. Es stimmt. Also jetzt, ich habe jetzt die Preise natürlich mit Mehrwertsteuer, aber die Preise sind realistisch, ja tatsächlich. Es ist inklusive Cyclone ist das Schiff für Deutschland für 476 US-Dollar zu haben. Es ist unglaublich, aber 400 Dollar, inklusive Cyclone, also 476, das ist jetzt schon mit Mehrwertsteuer. Das heißt also, sorry, ich nehme alles zurück, ich konnte es mir nicht vorstellen. Es ist wirklich so. Komisch, ich bin auch ganz hörschig, das Ding ist, es hängt von der Klasse ab, wo du bist. Vielleicht hast du es unter, also ich habe es jetzt gefunden, ich kann es mal hier in den Chat hauen. Also das werden die Leute, die in der Klasse sind, werden es aufrufen können. Aber was sage ich nur ab, ab, was ist das, Quentatbill oder so, oder? Vielleicht. Also der Link ist jetzt im Chat, wer ihn aufrufen kann, ist in der Klasse. Ich musste mich eben mit meinem einen Account einloggen, wo ich dann Zugriff auf diese Daten habe. Sorry, aber ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Okay, aber wie gesagt, du kannst noch mal auf den Link gehen von Silencer, der ist um. Na gut, so komme ich drauf, ich habe es bloß nicht gefunden. Ja, nee, ist ja auch okay. Also wie schon gesagt, ich entschuldige mich, tut mir leid, in der heutigen Zeit, ich konnte es mir nicht vorstellen. Es hat mir echt gerade mal eine Vorderie. Und der Post ist auch schon, Entschuldigung, der Post ist auch schon seit über einem Tag draußen. Also okay. Aber die Preise, was wir vorhin gesehen haben, glaube ich, ohne Mehrwertsteuer. Wenn ich das aufmache, dann sind Mehrwertsteuer, dann kommen wir mal drauf. Dann ist das A2 Herkules bei mir 833 US-Dollar zum Beispiel. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch den Land als Land Deutschland angegeben. Das heißt, bei mir waren jetzt die Preise, die ich eben gerade genannt habe, mit Mehrwertsteuer, das waren jetzt eben die Preise ohne. Die in der Schweiz haben natürlich die gleichen Preise wie in den USA. Aber okay. Aber das Krasse ist Warbound fast 100 Euro billiger und hat noch einen Tank dabei. Ja gut, ich meine, das ist jetzt so gesehen ja nichts Neues. Aber ja, okay, ich nehme alles zurück. Ich freue mich. Also wir reden mal darüber. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie lange ihr braucht, um 400 Euro zusammen zu verdienen. Ich habe mir sagen, das gibt auch Leute, die müssen dafür tatsächlich ein paar Tage arbeiten gehen und nicht nur einen Tag. Es ist trotzdem viel Geld, aber es geht in eine Richtung, wo ich es Anfangs Anführungsstriche oben noch vertreten kann. Ja, obwohl bei so Preisdiskussionen ja immer Schiffe, wo mehrere Leute sind, im Grunde muss ich die runterrechnen, wie viele Leute sind drauf und wenn das ja alleine kaufst, wird es halt arg da ja. Ja, Jack, aber es ist doch wohl ein Unterschied, ob es 400 Euro sind oder 800 Euro. Natürlich, aber die Herkules kostet ja 833 die A2, also die Military die kostet 833. Ja, als Paket oder nicht? Ich habe das noch nicht alles gemerkt. Nee, Standalone-Shift, 803 mit Mehrwertsteuer, 833 Euro als Dollar. Steinsteiger, kannst du bitte den Link noch mal posten für Fixe? Der hat den anscheinend jetzt nicht gegeben. Ja, ich haue ihn noch mal rein. Aber du musst mir glaube ich mal erklären, wie man auf so Sachen kommt als ein Search, weil ich bin selten ein Concertsführer. Ich habe es jetzt ohne den Link nicht gefunden. Nein, ich habe es jetzt im Shop gefunden. Das wird hier nur angezeigt, also bei mir wird es unter Com-Links angezeigt. Wenn du auf Com-Link drückst, da sehe ich auch gerade, dass die Starlifter angeblich für Concierge, wenn man im Account geguckt hat, sogar schon vor vier Tagen angekündigt worden ist. Der erste Hinweis. Nee, vor fünf Tagen sogar. Also vier Tage, ja, oder mitgerechnet mit Zeitverschiebung. Aber wie gesagt, ich gucke mir jetzt auch nicht jeden Tag die Webseite an. Ja, jetzt habe ich es auch. Ja. Also meistens siehst du, dass es dann extra Com-Link eintragt, den du dann nur kriegst, wenn du eingeloggt bist, als man es herrscht. Was bei dem Schiff vielleicht noch bedacht werden sollte, ist, meines Erachtens ist das wirklich ein Multi-Crew-Schiff. Du brauchst einerseits Leute, die halt die anderen Türme mitbewachen, wenn du halt in dem Krisengebiet deine Waren absetzen möchtest. Und das Zweite ist, du setzt eine Ware ab, die nicht nur irgendwie ein Hilfspaket ist, sondern ein Tank oder ein Truppentransporter oder irgendwas in der Richtung. Also wo man wahrscheinlich auch Menschen wieder absetzt. Wenn einer vorhat, sehr viel alleine im First unterwegs zu sein, sollte er sich ein anderes Schiff suchen. Das ist mehr für Orgas und Gruppen und irgendwie sowas in der Richtung gedacht. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das muss man bedenken, wenn sie so Preise raushauen, dass das eigentlich nicht für Einzelspieler so eine Dinger. Und wer sich als Einzelspieler holt, der muss halt mal mit seinem Geldbeutel gucken, wenn er zu viel Geld hat, kann er sich holen. Ja, also für halt eine Orga oder so, die das relativ schnell dann im First sich erfahren möchte, ist es sicherlich ein sehr interessantes Schiff von der gesamten Aufgabenstellung her. Vom Design her finde ich persönlich auch gelungen und auch deutlich gelungener und weniger anerkennt bei, also nicht so spezifisch im Design, sondern wirklich ein einfach gelungener genereller Entwurf. Aber natürlich gilt noch mal gucken, wie groß der Tonk wird, weil der muss zweimal reinpassen und danach wird alles skaliert. Da hat Forbus recht. Hans schreibt noch richtig, natürlich das Ganze, wenn er das kauft, nächste Woche dann in US-Dollar kaufen. Ja, das ist wichtig, aber wir haben jetzt tatsächlich warbauen für die Grundversion 375 Dollar, das ist jetzt wie gesagt inklusive Nährsteuer, bis 833, nee, 714. Wir haben eine Preisspanne bei dem Schiff von 357 zu 714 für die Warbound A2-Version und die C2 ist die Basis-Version. Okay, wie gesagt, in dem 714-Dollar-Paket Warbound, das kostet ohne Warbound, also ohne Echtgeld, 833 Dollar, ist da ein Tonk bei? Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ist der bei dem Nicht-Warbound auch dabei? Nein, steht ja nicht dran. Nein, ist nicht dabei. 833 mit Store Credits. Das habe ich doch vorher gesagt. Ja, ja, ich schneide das gerade erst. Entschuldige, über was für eine Preisdimension reden wir hier eigentlich gerade? Okay, ich will das tatsächlich auch machen, aber ich finde jetzt die Bandweite von 370 zu 833, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das finde ich beim T-Shirt-Kauf auch vor. Obwohl, ich glaube, die Vanguard, ich weiß nicht, wie teuer kam die Standard-Vanguard zu der Harbinger raus? Also die Harbinger war, glaube ich, fast Richtung 400 Euro, 345 Euro. Nein, 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 die Harbinger hat 280 gekostet und die der Vanguard 250 habe ja beide Schiffe, also deswegen. Müsste ich jetzt nochmal reingucken, ich habe ja auch, ich habe ja die Harbinger auch. Also das hier, was ich hier gerade sehe, dass ich also für ein Schiff, wenn ich Store Credits benutze, mir fast eine Polaris verkaufen kann und wenn ich ein Echtgeld nehme und nur die Basisversion mir zwei fast davon kaufen kann, also ganz ehrlich, also jetzt muss ich echt sagen, jetzt hat sie ja die Echte im Vogel gerade abgeschossen. Obwohl Sie das glaube gesagt haben, dass je preis teurer das Schiff an sich ist, wird die Sprechspanne zwischen Warbound und den Händl glaube ich mal erwähnt. Es ist mir scheißegal, es kann aber nicht sein, dass ich eine Standalone Warbound-Variante als Basisversion für 357 habe und dann eine Warbound-Variante für 714 und dann sage ich, ach nee, ich habe ja, ich nehme mir ein Upgrade, dann kriege ich noch bei Warbound für 714 den Nova Tank dazu und soll denn für das Schiff ohne Nova Tank 833 bezahlen. Ich meine, ich meine es nicht böse, aber irgendwo, muss ich gerade sagen, bei denen sind gerade echt die Kontrolllampen komplett ausgefallen. Das Witzige ist doch, wer hat recht beim Preisschätzen? Alle. Ja, genau. Alle haben recht. Wir haben die Diskussion gehört und drei Tage, na, da wollen wir doch mal dafür sorgen, dass sie alle recht haben. Und vor allem, wir haben eine Sache bei der Bewaffnung völlig vergessen. Wir haben vorne und hinten ein Türchen, das wir aufmachen können und dahinter könnte ein großer Panzer stehen mit einem Hauptgeschütz. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ich meine, die können ja immer noch schießen, wenn sie da sind. hindert sie ja keiner dann. Ja, es ist sorry, dass ich mich jetzt über dieses Thema gerade etwas recherchiere, aber das ist, CRGA bringt es tatsächlich auf den Punkt. Immer wieder zum Staunen. Mein Gott, Respekt. Und wenn wir ein Thema zum Diskutieren aufmachen wollen, könnte man sich darüber recherchieren, was wir am Anfang dieser Diskussionsrunde gestartet haben mit, es werden immer wieder neue Fässer, was Content ist, aufgemacht. Warum muss man jetzt anfangen, den Schiff zu bringen, das Bomben abwerfen kann, wenn man auch so viele andere Bausteine hat, die man irgendwie mal füllen könnte mit Content. Also es ist halt jetzt das gesamte Thema. Bomben wird was aufgemacht. Vor einiger Zeit, als der Cyclone gebracht wurde, hatten wir Bodenkämpfe, wurde aufgemacht mit klein beweglichen Dingern. Dann hatten wir den Tonk als Panzer. Jetzt haben wir hier Bomben, worüber noch keiner was weiß. Das sind aber die Planetentech aufgemacht. Das ist glaube ich eigentlich nur, wie soll man sagen, das kam halt aus der Bedingung daraus, dass wir jetzt Booten haben, also viel Booten, wo man was kaputt machen kann. Ich glaube, das war einfach die Konsequenz daraus, dass man da jetzt mehr draus machen muss. Das gebe ich dir völlig recht, aber warum sagt man nicht, okay, 2018 die Konzepte nutzen wir mal, um die bestehenden Lücken zuzumachen. Ein kleines Schiff für das, eine mittlere Schiff für die Aufgabe, da was, da was, da was. Das ist so oder so geplant. Da ist jetzt die Vulkan, da ist die Prospektor, da kommen noch andere Schiffe. Dass die Schiffe kommen, brauchst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber das sind ja die Anfängerschiffe. Ich glaube, wenn mal die Mechaniken funktionieren, sind die Schiffe schnell geworden. Ich denke halt nur, warum wartet man nicht einfach ein Jahr mit den ganzen Anführungszeichen Klün und Trödel? Also erstmal halt an anderen Stellen was fertig machen. Ich habe da die Antwort drauf. Wenn man jetzt das macht, was du sagst, und man füllt nur die Lücken aus mit den Schiffen, die sowieso jeder erwartet, dass sie kommen, dann kriegt man keinen Hype und dann kriegt man hier keine Diskussion über was Neues. Und dann kriegt man vielleicht auch nicht so viele Verkäufe. am Ende zusammen. Du meinst also, der in Anführungszeichen kleine Sturm im Wasserglas letztes Jahr im Dezember oder November mit dem Landverkauf war geplant? Oh mein Gott, sie haben Social Media verstanden. Genau. Jetzt endlich. Neu. 2018. Genau. CIG hat Social Media verstanden. Das ist gar kein Neuland. Okay, also, was haben wir jetzt hier noch auf meinem, was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? In die Starlifter passt natürlich auch was anderes rein als der Panzer oder die zwei Panzer. Also, alles, was so groß ist wie im Panzer passt rein. Starfighter, das ganze Zeug. In die Basisversion nicht. Ich sage gerade, in die Basisversion, das hat Hans gerade noch mal reingeschrieben. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, also, wenn ich das richtig drehe, dieses Modell für 357 hat nur Cargo und kann keine Panzer laden, wenn ich das richtig schnell überflogen habe. Also, egal, der Sale kommt bald raus. Jeder wird das studieren können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass auch tatsächlich noch unter was 400 Dollar dabei ist, wenigstens, wenn man auf das Schiff steht und sagt, okay, Tanks habe ich sowieso nicht. Wenn das jetzt wirklich so ein Superbomber werden soll, die A2, die man wirklich mit zig Schiffen nicht runterholt, dass die dann so teuer ist, okay, das sei dann auch mal dahingestellt. Aber es ist schon wieder, wie gesagt, faszinierend, wie Mr. Spock sagen würde. Jack hat das gerade im Chat schon beantwortet, das wollte ich auch gerade sagen, aber dann brauchen wir das, dann ist das schon erledigt. Okay, also, das mit den Panzern, ob die jetzt in alle Versionen reinpassen, das werden wir sehen. Dann nächste Woche, dann wurde die Frage gestellt vorhin im Reverse-Diverse, ob man die Panzer per Fallschirm rausschmeißen kann und dann segeln die nach unten. Das geht natürlich nicht. Dann bei dem Gunship gibt es nur Bomben und keine Torpedos, also sprich, die sind wirklich dann, soweit ich das verstehe, nur auf Planetenoberflächen wirklich sinnvoll. die Gunchips. Von der Reichweite her soll es ähnlich sein wie die Starfarer, also ähnlich weit fliegen und auch Möglichkeiten haben, wieder aufzutanken. Die Unterseite ist am verwundbarsten, weil sie da die wenigsten Geschütztürme und so weiter haben. Und ja, natürlich jetzt dieses Jahr wird da nicht mehr viel passieren. Sie müssen erstmal für den Hersteller Crusader die Guideline überhaupt erstellen und sich überlegen, wie die Schiffe aussehen sollen und wie das Interieur aussehen soll und das ganze Zeug. Das haben sie natürlich alles noch nicht. Okay. Das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Ich habe dir noch irgendwas anderes zu sagen zu diesem Schiff. noch mal im Chat. Ich finde es ein bisschen schadende, dass ein Gunboat dann Bomben werfen kann. Ich glaube, da hat ich dazu auf Star Wars geguckt. den letzten. Ja, also was den Bomber angeht, das waren auch so Bilder, die ich gerade im Kopf hatte. Ja, fand ich ein bisschen so eine Mischung wäre ganz cool gewesen. jetzt wo ich dieses Schiff sehe, Jack, wer weiß nicht, ob das nicht auch noch kommt. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, klar, wenn man jetzt schon mit Bodenfahrzeugen anfängt, wie gesagt, es war notwendig und wenn sie wirklich jetzt auch noch diese Spieltiefe versuchen auf Planeten, ich meine, die Planeten sind groß genug und wenn man da wirklich Action haben will und da wirklich das mal mit den NPCs richtig funktionieren, also diese FPS-Geschichte oder diese Shooter-Geschichte plus diese Kombination, wenn man natürlich sagt, ich habe da keine Lust zu, dann hoffe ich, dass es für diese Menschen auch noch genug andere Möglichkeiten gibt, aber alleine eine Zielgruppe damit anzusprechen, die wirklich Lust hat, eine Bodenoffensive mit solchen Schiffen zu starten, gegen die Wandu, insofern überhaupt auf dem Boden kämpfen, keine Ahnung, also ich meine, klar, das lässt natürlich ich will mal so sagen, da haben die wahrscheinlich 2016 selber nicht drüber nachgedacht. Die könnten den Modus im Arena Commander einbauen und dann haben sie Planet Sight 2, was ein Free-to-Play Spiel ist, mit so einem riesengroßen Schlacht getümmel mit mehreren tausend Leuten, könnten die hier im Nu quasi mehr oder weniger erschaffen, plus halt noch, wie es dann im ersten Star Wars Battle war, oder im Möglichkeiten dieses Spiels sind wahnsinnig groß, man muss nur die eigenen Erwartungen und die Möglichkeiten irgendwo auf den Augenmaß bringen, dass man sagt, okay, ich will es nicht 2030 haben, sondern vielleicht 2022. Wie schon gesagt, ich meine, jetzt haben sie ja das Fass aufgemacht und ich Pioneer sieht und sagt, okay, von Drake müsste jetzt auch noch ein Schiff kommen und von RSI auch, damit man wenigstens noch mal zwei Alternativen hat zu der Pioneer Wer Siedlung baut, muss sie auch zerstören können, Anführungsstriche, das muss ja vielleicht nicht so detailliert sein, wie Battlefield, dass man da jetzt alles runterschießen kann, ich meine, was die Zerstörungsgrade angeht, aber klar, das was sie jetzt hier aufgemacht haben, wenn man sich natürlich die Lore anguckt, ist es konsequent, gar keine Frage, aber es ist natürlich die Dimensionen, was das alles mittlerweile umfasst, da wird man ja wirklich nur noch schwindelig. So, also im Chat wurde gefragt, wie viel SCU da rein passen und das haben sie vorhin in RTV gesagt, ich konnte es nur im Livestream nicht direkt mitschreiben, das war etwas schwierig rauszuhören. Hören wir da jetzt nochmal rein und gucken mal, was sie da genau gesagt haben. ...capacity that each variant can carry. So, we have a simple system for that and the thing is that we take basically two tanks so two tanks is the amount of SCU for the cargo variant so the C2 has 624 SCU the M2 has 468 SCU and the A2 is basically one half of this so it's 234 SCU and of course when there's almost so we have a simple system for that the thing is that we take basically two tanks so two tanks is amount of SCU for the cargo variant so the C2 has 624 SCU the M2 has 468 SCU and the A2 is basically one half of this so it's 234 SCU and of course when so so also die Basis variante also die variante wo zwei Panzer rein können die hat 624 SCU wird man mich überhaupt ja doch Hans hat schon im chat geschrieben 468 234 genau äh genau Hans schön dass du wieder dabei bist ach ist das alles schön mit dir richtig aber jetzt muss man natürlich noch sagen was jetzt was ist also ja denkt euch einfach so da wo das meiste Cargo drin ist das ist 624 und die Gunship variante ist dann die 234 so haben wir das auch geklärt alles klar noch irgendwas zur Starlifter trotzdem schickes Schiff ja also wenn du die 800 wie viel waren es 800 Dollar Store Credit oder 800 Euro Store Credit zum umtauschen haben willst ja dann kannst du es haben ansonsten nicht es gibt auch Ingame Ziele genau es gibt auch Ingame Ziele so würde ich das auch sehen ja gut dann lasst uns weitermachen haben wir über die Starlifter glaube ich jetzt fast eine Stunde geredet und wir wissen überhaupt noch nicht wirklich viel dazu ja werden wir nächste Woche nächste Woche genau werde ich das hier gleich mal einwerfen nächste Woche ist die Diskussionsrunde am Sonntag also am 13 Mai dass ihr das schon mal wisst also nächsten Freitag ist keine Diskussionsrunde erst am Sonntag den 13 so jetzt machen wir weiter mit dem dritten thema für heute und zwar werden wir jetzt kurz über die hurricane sprechen aber werden wir das hier mal pausieren den twitch streams so da wieder zurück und gehen wir mal zur hurricane da sehen wo habe ich es hier genau also hurricane ist natürlich das schiff das auch immer gerne als glaskanone bezeichnet wird und wir haben jetzt hier zehn minuten wo sie ein bisschen erzählen mit german natürlich also hier sehen wir die im hangar wir haben wir haben halt die die kanonen auf beiden seiten und dann natürlich den geschützturm oben in der mitte und was also worauf er worauf sie hier sozusagen das erstmal wert legen ist dass man dass man dieses schiff vor allem in geschwadern sehen sollte also nicht ein schiff alleine sondern man sollte das eigentlich sehen als da kommen fünf oder zehn auf einmal und dann ist es eine wirkliche gefahr für ein kapitel schiff das dann weil vor allem dieser geschützturm der da oben ist man kann mit dem mit der hurricane dann hinfliegen den geschützturm so drehen sich an die geschwindigkeit des kapitel schiffs anpassen und dann richtig minutenlang auf ein zielballern also wenn der geschützturm schütze natürlich gut genug ist so habe ich mir das schiff immer vorgestellt dass es ein schiff dafür da ist um bestimmte bestandteile zu treffen von einem schiff um gezielt bestandteile auszuschalten das wird es gut können durch den turm und das sagt er ja da auch wenn ich das richtig verstehe genau so hat er das genau so hat er das auch erklärt also du hast du hast den sinn des schiffs richtig verstanden hier haben wir auch noch mal ein bild was was auch noch für das schiff spricht ist im vergleich zu anderen schiffen die oder anderen waffensystemen die dann halt munition verwenden hier werden halt laser verwendet dass solange man genug kühlung und genug energie hat kann man halt praktisch unendlich schießen mit dem teil und das würde halt genau das noch unterstützen was was also dass man das schifft also ein capital schiff dann wirbel schießen kann sozusagen jesse im konzept war es glaube ich doch aber ballistische ist das jetzt fix wird die jetzt ausgeliefert mit energie oder ballistische hinter da was gesagt also sie haben jetzt sie haben jetzt halt nur sozusagen die sie haben das in kontrast gestellt und haben den laser vor allem für die hurrican den laser hervorgehoben also vielleicht ist das ein unterschied zum konzept das habe ich jetzt nicht überprüft also ich meine die war damals an ballistische aber das kann mich jetzt täuschen ich weiß auf jeden fall dass es da eine diskussion gab ob ballistisch oder energie jetzt muss man natürlich noch mal kurz auf die historie gucken dieses schiff ist ja deutlich älter glaube ich als die hornet also es hat ja auch einen grund gehabt wenn man jetzt lore technisch sich das ganze anschaut warum die hurricane niemals entwickelt worden ist was die vandulangriffe angeht wenn ich das noch richtig im kopf hab das heißt ja auch warum die lightning das aktuelle kampfschiff ist und eigentlich strikt haben in einem jahr wo ich mal nicht so viel das thema verfolgt habe das hat ja einen grund warum sie immer stärkere schiffe hervorgebracht hat und die hurricane ist ja sozusagen noch der vorgänger von diesen ganzen varianten und dass sie eben gerade in gewissen kriegssituationen das brauchten um das einzusetzen und was ich damit nur zum ausdruck bringen weil ich meine klar die höher hat ihre daseins berechtigung und ich glaube als gunner wird man sehr viel freude haben wenn der pilot mitmacht man muss gut zusammenspielen das würde ich auch sagen weil zu kleinen fighter ist der turm immer ein problem auf jeden fall wenn der pilot nicht so fliegt dass der gunner mitmacht egal wie gut sie die turmsteuerung machen das heute das gar nicht so perfekt hinkriegen können aber du kannst natürlich sofern das auch sich nicht überholt hat natürlich den turm durch eine KI ersetzen beziehungsweise den Turm gerade also gimbalmäßig das fixen wenn ich das noch richtig im Kopf habe sollte es ja möglich sein dem Pilot dass man die Waffen trotzdem abfeuern kann man den Turm nicht bewegen vielleicht durch Module sofern das Schiff dann überhaupt dafür Platz vorsieht dass man möglich einsetzen kann das ist ja auch von den Komponenten abhängig aber ich hoffe nur dass natürlich die Verteidigungsmechanismen der Kapitärschiffe dann so sind dass man eben da keine halbe Stunde drauf halten muss um mal eins von den Teilen runter zu holen aber grundsätzlich wie gesagt als Überraschungsangriff ist das absolut notwendig dass wir so hier sehen wir jetzt den Innenraum also das Cockpit in verschiedenen Varianten und ja ansonsten kommen wir zu den Sachen die sie in RTV vorhin erzählt haben da hat er dann nämlich der Matt Sherman noch mal erzählt in Richtung Energie Versorgung also da hat er den Punkt noch mal unterstrichen den wir vorhin schon gesagt haben wenn man mit den sechs Waffen die da sind die ganze Zeit durch feuert dann kann man eine Minute oder so feuern wenn man wenn der Pilot sich ums Fliegen kümmert und ein Schütze im Geschützturm sitzt dann also sozusagen nur der Geschützturm feuert dann könnte man fast unendlich schießen so das habe ich dann das Schiff ist natürlich kein Langstrecken Schiff also ist denke ich klar träge gestützt wie Hornet Gladius hatten sie da auch das heißt keine Intakes ja gut was ich natürlich immer solche Schiffe sehe und wir hatten das Thema schon mit dem Vanguard also da muss ich mal sagen beim Vanguard hoffe ich dass sie sich auch noch was einfallen lassen die ein bisschen stärker zu machen weil da denke ich dann immer so das passt der nicht mehr so ganz in die Reihe aber egal wir schauen mal was das bei den 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 noch bringt gut ja das sind alle Sachen die ich mir aufgeschrieben hatte schönes Schiff weil ich habe das damals geholt ja also also wer jetzt wenn man das als Geschwader sieht nicht als einzelnes Schiff sondern als Geschwader von 5 bis 10 und die kommen da auf dein größeres Schiff zugeflogen da sagst dann schon mal jetzt schicke ich vielleicht mal meine Hornets raus und versuche die vorher abzuballern bevor die hier sind genau das sollte man natürlich haben ja also ich denke da kann sie schon ganz gutes Gameplay ergeben dann für die großen Hilden natürlich das erklärt aber auch warum die Hammerhead notwendig war also wer jetzt zum Beispiel mit Polaris unterwegs ist also gerade bei diesen Angriffsszenarien wird immer deutlicher dass Polaris oder zwei Stück sogar eine vorne eine hinten um das zu symbolisieren warum dieses Schiff eben auch entwickelt worden ist weil wie will sich eine Polaris gegen sowas verteidigen dass sie rechtzeitig abhauen kann ja okay dann im Chat wurde schon nachgefragt was wie sieht es mit der Carrick aus was haben sie dazu gesagt und da hat da gab es ja beim letzten Schiff Schäb ein Vote über welches Schiff soll Jared noch ein bisschen mehr erzählen und da ist die Carrick natürlich raus gekommen und was sie dieses Jahr machen wollen also ab nächsten Monat ab Juni sollen ein paar wenige Designer oder Artists sollen sich da Konzepte überlegen was das also zu dem Schiff also nicht nur zu dem Schiff speziell sondern auch zu den Style Guide für den Hersteller und dass man dann nächstes Jahr so ein bisschen ein Headstart hat aber es wird kein Schiff sein das dieses Jahr noch kommen wird also das ist etwas dann für 2019 aber dass sie sozusagen da schon mal nicht am Bein Null anfangen 2019 sind das ist im Prinzip alles was er gesagt hat und ich hoffe dass die Garek ein gutes Pardon dazu wird für Leute die auf Krieg keinen Bock haben ich sage es mal ganz bewusst so also ich hoffe dass sie aus diesem Schiff wirklich einiges rausholen es würde mich auch freuen wenn sie es größer machen also für gerade exploring dass das wirklich also dieses dass es einfach vielleicht noch mehr wird und wenn man es heute neu konzipieren würde bei der 550 Dollar Klasse angekommen ist aber ich hoffe dass sie sich bei dem Schiff viel Mühe geben weil es ist wichtig und das geht manchmal so ein bisschen doch unter dass man auch Alternativen hat anstelle immer nur oder Kriegsgeschichten also das ist ein Fokus der mir doch manchmal etwas zu kurz kommt ja gut dann haben wir zu Hurricane glaube ich alles gesagt ich gucke nochmal ich denke wir haben alles gesagt falls wir noch was vergessen haben schreibt jetzt noch im chat dann können wir das gleich noch ergänzen und dann gehen wir zum letzten thema für heute der status report und da na jetzt so und zwar haben wir da Rick nachnamen müssen wir jetzt empfangen wieder der uns erzählt was es alles neues gibt und das mal hinblättern jetzt auf meinen aufzeichnungen und zwar haben wir als erstes das war nicht das erste im moment da geht's los genau also das erste ist hier das kiosk wo man den equipment manager sehen kann und wir müssen glaube ich noch ein Stück zurück genau genau also da sehen wir das kiosk das ist der vehicle loadout manager und jetzt kann man hier weg gehen und dann seht ihr schon gibt es diese ganzen animationen dass man dann ranzoomt und dass dann das UI langsam aufklappt und wenn man weg geht wie man gerade schon gesehen haben dass das dann sozusagen auch dieses menü auf dem bildschirm ausgeht diese ganzen geschichten bauen sie jetzt gerade dass das alles sich richtig anfühlt so seine aussage ich hoffe nur sie denken dann auch daran das so zu machen dass die person oder der die das medikiken auf dem bild dann so aussieht wie ich quasi auch der äußeren gestaltung ja gesicht und frisuren und all so ein quatsch meine ich jetzt ach so ob sie das jetzt schon machen das kann ich dir nicht sagen also das schiff sollte hoffentlich schon gleich aussehen aber wie jetzt hier ob der charakter den man jetzt hier sieht ob der dann gleich aussieht müsste aber eigentlich weil du du wählst ja deine kleidung aus und dann müsst es ja eigentlich richtig repräsentiert sein ich denke also an Filme wie Minority Report oder sowas also Zukunftsfilme da von der Werbung selbst angesprochen wirst wie es auf Facebook ja schon heute geht und daher halt so quasi so bisschen Immersion fördern gut 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 ich meine Priorität 1 hätte das jetzt nicht aber ich denke das wird kommen sowas wird kommen das werden sie nachher einbauen bin ich auch sicher also ich denke gerade mal über 3.0 nach und wenn ich mir die mobile glass erste version anschaue die 3.1 haben also da ist ja schon einiges passiert ist ja nicht so als ob man sagen kann hallo das ist noch immer die erste Version mit der wir arbeiten klar natürlich ist es ja notwendig weil was nützt mir wie gesagt wir hatten das mit den Schiffsanzeigen was nützt mir eben wenn irgendwie alles halbwegs funktioniert aber ich habe trotzdem keine Anzeigen um das irgendwie halbwegs runter zu bekommen so ein Schiff also alles greift natürlich ineinander aber wie gesagt an solchen kleinen Beispiel sieht man ja es geht voran und ich freue mich und ich denke was vorhin ja auch schon gesagt worden ist ich hoffe dass wir dieses Jahr einige Fortschritte sehen also vielleicht mehr noch die Sachen im mobiglas also nicht im kiosk und da machen sie jetzt auch dann entsprechende Verbesserungen wie das hier eingeblendet wird und so weiter dann haben wir als nächstes quantum travel da gab es fehler wenn man aus dem quantum travel rauskommt dann wurde die Physik Engine also die wurden verschiedene Massen nicht zurückgesetzt und dann wurden die sozusagen nachdem man schon aus dem quantum travel raus ist dann erst aktiviert und dann ist verschiedenes Unfug passiert und da haben sie einen Fehler beobben und das solltet ihr diese Einspielung da zeigen dann haben wir hier Scanning da haben wir vorhin schon drüber gesprochen da haben sie jetzt eine Gruppe die sich damit beschäftigt wie Scanning funktionieren könnte wie das UI aussehen könnte und das ist alles Forschung und Entwicklung sozusagen wie man sowas sozusagen sehen könnte also ganz am Anfang genau genau was ich persönlich bei diesen Test versuchen aber schon mal gut fand ist dass ich hier auf einen Blick gleich ein Gefühl dafür hatte wo das im Raum ist und ich meine man muss sich überlegen ich gucke auf einen 2D Monitor und gucke mir eine 3D Welt an und mir soll in dieser Welt gezeigt werden über eine PC Grafik wo sich was befindet das ist nicht so trivial das gut hinzukriegen und hier in den ersten Versuchen oder dass das uns als erste Versuche gezeigt wird sieht das eigentlich schon mal ziemlich gut aus wie ich finde ja vor allem ich finde vor allem hier diese Burg kubusse sehr schön sehr hübsch ja also so können sie das kann das durchaus was sein ja dann haben wir hier die Schäder für oder Grafikeffekte eigentlich die sie versuchen die man dann für alle möglichen Anomalien im Weltall nutzen könnte ja da ist da ist denke ich noch mehr zu tun das ist hier die Hammerhead das Interieur Interieur verschiedene Aufnahmen oder Einblicke dann haben wir als nächstes die 600 i das ist größtenteils fertig also sind jetzt hier noch an den Escape Puts dran also wenn ich jetzt nochmal die Roadmap gerade aufmache 27 von 69 Punkten sind also 27 Sachen sind fertig 69 von 69 also von fast fertig naja gut ok schauen wir mal wie lange das ist 60 weißt ja vielleicht hat er jetzt auch gemeint dass die dass nur die Escape Boots fast fertig sind das kann auch sein davon würde ich mal hier ausgeben ja ok dann haben wir hier da seht ihr schon die Mustang die ist in der Final Art Phase finde ich interessant wie die sich verändert hat muss ich ganz ehrlich sagen also ich war immer die ganze Zeit habe ich mir so mal kurz überlegt wie wird man das mit dem Cockpit lösen und mit den Animationen also es war richtig dass sie die überarbeitet haben aber dass das Ergebnis rauskommt hätte ich mir so nicht vorgestellt aber ich bin jetzt nicht ich finde es nicht schlecht ganz im Gegenteil aber interessant wie sie es gelöst haben ja es hat schon ein bisschen einen anderen ja wie sagt man einen anderen Design Stil als das originale Konzept einen anderen Vibe genau einen anderen Vibe genau ja aber gut das nützt es auch irgendwie durch den Turm zu klettern wenn ich dauernd Clipping Fehler habe also lieber dann so wie sie es jetzt gelöst haben als die alte Version mit sich Problem Pulli schreibt im Chat die Räder sehen hässlich aus da würde ich ihm fast zustimmen die passen die könnte man vielleicht noch verändern aber naja das könnte ich mir fast vorstellen dass das einfach nur so ein Platz ist okay also das große 20 Zoll Alufelgen oder was soll da Ja genau die Reifen sind einfach zu klein das ist das ist das Problem das stimmt lieber Chris ich glaube das ist die Sache müssen die Räder bei Raumschiffen überhaupt zu groß sein die müssen ja nicht für ein Landemanöver dienen du landest senkrecht und da müssen die glaub gar nicht so viel aushalten die müssen einfach nur zum hin und her schieben gut sein glaube ich jetzt sind wir wieder bei einem sehr gefährlichen Punkt jetzt fang nicht mit Logik an ja manchmal ist das schwierig von der Seite her natürlich energetisch gesehen ist es günstiger auf Geschwindigkeit zu kommen und dann abzuheben deshalb fliegt halt ein Flugzeug auch wie es fliegt und landet und nicht wie ein Senkrecht Starter also von daher die Räder haben schon ihren Sinn und Zweck bei warum brauche ich Luftklappen im Weltall weil es ist eben so wer Räder hat will sie auch nutzen irgendwann mal Fahrräder genau das ist das nächste Konzept wirkt die Kühlung anders wie in Atmosphäre und wenn die Atmosphäre ist brauchst wieder die normale Kühlung ja aber ich denke du hast verstanden wo ich aus genau so wir haben jetzt hier noch verschiedene Props die haben wir schon das letzte Mal gesehen ich lasse die nochmal durchlaufen weil die haben wir jetzt nur halb gesehen also hier das sind für die Hangar da gibt es verschiedene Sachen und das ist auch im Hangar und da geht es um das Altern von Materialien also das sieht schon ziemlich cool aus vor allem zum Thema Gabelstapler wir sehen ja auch in der Reclaimer und den neueren Konzeptschiffen oder jetzt bei der Hammerhead überall wo Cargo ist ist meistens auch ein Portalkram oben mit dran also das Bewegen von Cargo könnte auch ein interessantes kleines Gameplay Feature ein bisschen Tetris spielen darf also da bin ich wirklich gespannt was wir da noch an Überraschung bekommen also wo so in Anfangsdinger hat man gemeint dass alles mehr vieles über Gravitationsfelder lösen oder wie heißt also nicht so Teile brauchen eigentlich weil die Schiffe teilweise so Felder haben wo man Sachen bewegen kann ohne irgendwelche Kabelstabler bei Kleinteilen sicherlich schon aber wenn wir uns an den großen Transportcontainer zurück nennen von der Dragonfly als die das erste Mal gezeigt wurde unten im Hangar einer zerstörten Starfire also für sowas das geht nicht mehr mit Handschuhen da muss man schon irgendwie was größeres anpacken und man muss sich eben auch überlegen im Zweifel könnte sowas halt auch irgendwo in einem Hafengelände durch die Gegend fahren mit ein paar NPCs damit halt das Ganze ein bisschen mehr Flair bekommt auf einem städtischen Gebiet wenn ich das jetzt gerade noch mal alles im Detail überlege über was wir heute so gesprochen haben ich frage mich gerade wovon Sie eigentlich die nächsten 500 Mitarbeiter herlegen um das alles bis 2020 zu realisieren aber gut das ist vielleicht eine andere Diskussion da kannst du anfangen die suchen immer noch Leute immer immer also wenn du in Frankfurt bist oder da hinziehen willst kannst du immerhin ja du erinnerst dich ja noch vielleicht gerade mal an unsere Diskussion wo ich von Zentralismus gesprochen habe und kein großer Fan war von überall Studios aufmachen aber wie ich das gerade in meiner eigenen Firma sehe aufgrund von meinen Spezialisten manchmal hast du wohl keine andere Wahl obwohl ich das Konzept zwar nach wie vor problematisch finde aber wer weiß wo die noch immer Studios aufmachen müssen um die Leute ranzukriegen weil wo das Personal regional herkommen soll da habe ich keine Idee mehr Ja ist so wo war in Los Angeles in Austin Texas dann in Manchester also Wimslo und Frankfurt und dann haben sie halt noch das Studio was für sie arbeitet in Montreal also die Hälfte aber die sind jetzt nicht wirklich auf der Payroll sondern die sind halt eher so vertraglich an CRG gebunden gibt es in Großbritannien nicht irgendwie auch so eine zweite kleine Ecke wo die die ganzen Greenscreen Aufnahmen das stimmt haben das stimmt aber da weiß ich nicht doch doch da sind die gehörten zu CIG genau richtig die ich weiß nämlich sie haben mal was gesagt dass ein zusätzliches haben und vier waren es vorher schon ja ja also aber da weiß ich jetzt da fällt mir gerade der Name nicht ein von der Stadt wo das war aber da machen sie das Motion Capture und Gesichts ganze Aufnehmen und so Zeug aber kleine Sachen glaube ich machen sie auch innerhalb der Studios haben sie nicht gesagt dass sie auch installiert haben das machen sie auch also die Animation das Animationsteam hat so ein eigenes kleines Motion Capture Setup wo sie jetzt so kleinere Bewegungen selbst aufnehmen können was ja für ein Animationsteam auch ganz sinnvoll ist dass die jetzt nicht immer erst sagen müssen hier haben wir ein großes Studio und jetzt schickt uns mal da ein paar Schauspieler hin sondern für so kleine Bewegungen zwischen Bewegungen reicht es ja völlig aus wenn sich da einer von den Entwicklern entstellt zumal die Bewegung erklären dauert garantiert länger als selber fix hinstellen und machen also das kommt noch dazu also aber so haben sie das erklärt das eher jetzt wenn sie halt so zwischenszenen brauchen oder irgendwas kleineres wo es darum geht was hatten sie da als beispiel dass sie hatten schon dass die kiste von einer normalen höhe in die hand genommen wird aber sie brauchten was wo die kiste halt über kopf aus dem regal raus geholt werden soll das heißt sie hatten im prinzip schon alles und es ging nur darum dass sich einer hinstellt mit so einer kiste aufs regal und das aufgenommen wird wie holt er das runter und wie bewegen sich die arme ich glaube so in der richtung war das beispiel so ok was haben wir noch dann das war ganz interessante prozedurale platzierung von sogenannten props das sehen wir jetzt hier eigentlich genau und jetzt seht ihr ja hier dieses abgesperrte bereich der war vorher erst hier auf der rechten seite und ist jetzt auf der linken seite und sie können das dann halt das system kann das dann halt diese props also verschiedene objekte die das ganze so stimmung rein bringen in das level kann man dann halt prozedural generieren und dann fühlt sich das auch jedes mal ein bisschen anders an aber das ist natürlich wie immer bei CIG das prozedural generiert ist so entwickelt dass die designer das ein bisschen vorgeben können und steuern können wo das was da wie passieren soll vor allem zeigt dies halt auch mal wie wichtig es ist dass die wegfindung für die KI funktionierst du hast eine variable gestaltete geometrie der Station selbst also die Räume in unterschiedlichen Anzahlen unterschiedliche Kombination unterschiedliches Layout wie die selbst sind innerhalb der Gänge kann halt mal eine Kurve rechts oder nach links mehr sein die Gänge können unterschiedlich lang sein da können unterschiedliche Objekte drin positioniert werden die können mal rechts sein mal links mal in der Mitte mal sind sie gar nicht da unterschiedliche Anzahlen also das halt sauber hinzukriegen ist schon eine Arbeit plus da muss die Sicherheitskräfte entsprechend reagieren die müssen nicht flankieren die müssen in Deckung gehen die müssen also die Wegfindung alleine ist eine riesengroße Arbeit und deshalb stecken sie halt auch so viel Arbeit in diese gesamte Geschichte rein wenn ich zum Beispiel mal eine Klauderei ich habe vor kurzem habe ich mal Doys X Mankind Divided gespielt und da spielt es halt von der Atmosphäre ist es super aber bei einigen Dingen wo du halt denkst ja der hat der Entwickler nicht so ganz die Dinge gedacht die ich mir hier denken würde da reagieren halt die MPTs schon ein bisschen komisch manchmal ja also da haben wir die verschiedenen Platzierungsmöglichkeiten gesehen als prozedural generierte Version dieser Szene geladen und sie haben dann auch noch genauer erklärt wie das funktioniert also hier an dem letzten Bild wo diese Tabletts mit den Essen angezeigt werden das sind sogenannte Spawn Volumes und die kann man dann halt an verschiedenen Punkten an einem Objekt oder in der Map wie jetzt hier auf diesem Tischchen kann man dann halt sagen okay hier gibt es jetzt wie viel sind das vielleicht sieben oder acht solche Volumes und da können dann halt jedes mal anders generiert irgendwelche Props reingeladen werden und mal sind es weniger was und mal werden mehr benutzt und vor allem die können ineinander verkettet werden kannst quasi diesen Tresen haben da die Option du kannst objekte eines gewissen Volumens kannst du auf mir positionieren dann guckt dann seine Datenbank rein und sagt hey ich mach mal eine Schale oder guck mal Tablett geht auch dann merkt auf 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 mir kann objekte positionieren dann merkt das objekte mach mal eine Schale mit Suppe rein und dann merkt das objekt wieder hey auf mir kann man positionieren dann kommt eine Kabel rein ein Löffel oder Strohhalm oder was auch richtig ja sehr gut und so am Ende mal ist es ein Glas mit Milch und mal ist ein heißer Kaffee und schon ist streng genommen die Station alle völlig andere auch wenn alles andere sonst identisch ist und auch wenn die Millionen oder auch wenn die sehr sehr viele Stationen rein bauen wird eigentlich keine der anderen 100% gleich sein weil irgendwie Aufkleber Farben Objekte Geometrielandschaften irgendwas ist immer anders und sei es nur mal hat die Suppe einen Löffel und mal eben eine Gabel Solange ich das Gefühl habe dass es ist wie in die Dangerous bin ich schon da kann ich auch auf eine ganze Galaxie verzichten Also ich denke Sie haben uns das ja schon gezeigt wie viele verschiedene Layouts es geben kann das waren ja die Truck Stops oder Rest Stop jetzt gesehen und also wir kriegen sozusagen nicht nur das habe ich da jetzt rausgezogen wir kriegen nicht nur verschiedene Raumaufteilungen und verschiedene Räume sondern wir kriegen dann auch noch zusätzlich in den Räumen nicht sozusagen immer den gleichen Raum zu sehen nur dass er jetzt an einer anderen Stelle ist sondern dass auch noch die Objekte sich auch noch verändern also du auch wirklich nicht das Gefühl hast dass jetzt hier dieser Raum recycelt wurde muss man natürlich gucken wie es dann am Ende wirklich sich anfühlt aber das könnte schon also im Vergleich zu Elite Dangerous wird es oder X Rebirth wird es viel besser sein great great mother in space will sagen ok also machen wir hier noch den letzten punkt was das ist Hirsten die verschiedenen Materialien hier ein Whitebox von Lorville müsste das sein und ja da haben wir ja letztes Mal auch schon was gesehen also Hirstens scheinen sie jetzt wirklich am arbeiten zu sein und das waren die Sachen die es diese Woche auf die es diese Woche gab was den Update anging dann hatten wir ganz am Anfang gesagt dass wir nochmal auf die Roadmap schauen wollten das werden wir auch noch tun Development Roadmap sieht man das 3.2 ok also na scrollt nicht doch jetzt also wir haben natürlich die ganzen Armor Sets ich glaube das ist jetzt eher nicht so spannend ich denke mal Gameplay das sind die wirklich wichtigen Sachen Gameplay und Performance also wir haben natürlich die Quantum Travel Improvements da haben wir vorhin schon drüber gesprochen ist in Arbeit 1 von 4 Tasks abgeschlossen Economy Polish also das Wirtschaftssystem überarbeiten das war ja in dem Vote dabei dann das Gruppensystem das hatte glaube ich die meisten Stimmen bekommen wenn mich nicht alles täuscht oder 1 der meisten Stimmen bekommen dass man eben besser in der Gruppe zusammenspielen kann da ist noch einiges zu tun aber schon ein bisschen war es geschafft 9 von 26 was haben wir noch Service Beacon Improvements das war glaube ich schon von Anfang an dabei Mining ist natürlich das große neue Thema dann für 3.2 der erste ja nicht kämpfen Beruf sozusagen obwohl wir ja schon Handel ja aber beim Handel musst du ja auch immer mal rumballern um dich zu wehren ja gut beim Mining auch wenn du angegriffen was musst aber kannst du recht haben aber ich habe ich habe das ich habe die ich habe die Idee oder die Hoffnung dass das jetzt eigentlich schon heute so groß ist dass du beim Mining höchstwahrscheinlich nicht gefunden wirst wenn du also weil niemand weiß wo du bist ja man kann jetzt schon stundenlang bloß dass sie halt gerade durch die NPCs bauen sie es machen du kommst trotzdem manchmal NPCs entgegen die dich eingreifen das ist gerade momentan so ja aber da stehst du ja also da kann da kann ja jetzt auch kein also da müssten sie ja dann absichtlich sozusagen für dich jetzt was bohren vielleicht machen wir ja tun sie gerade auch tun sie gerade auch irgendwie also irgendwas scheint da gerade ab und zu aber genau verstehe ich die Logik auch nicht dahinter aber irgendwas ist da okay dann haben wir Quantum Linking was natürlich mit den Gruppen zusammenhängt da haben sie noch nichts gemacht 0 von 7 Tasks obwohl das ja schon mal so ein Satz nee war nicht drin ich habe nichts gesagt im Monatsreport steht zum Thema Quantum Linking ein bisschen was drin und zwar der Gedanke ist eigentlich dass die Quantum Reise nicht nur auf den Knopf drücken ist sondern die Maschinen müssen quasi ein bisschen konfiguriert werden in die Richtung und wenn du halt dicht genug beieinander bist und du hast die gleiche Komplikation für mehrere Schiffe und alle stücken dafür quasi überein dann fliegen die dann gemeinsam zu einem Ort hin langfristig wird halt Quantum Drive nicht nur auf den Knopf drücken und los sein ich meine bei einem kleinen Schiff wie der Aurora ist das immer noch ein überschaubarer Arbeitsbereich sagen wir es mal so aber halt bei einem großen Capital Schiff wo halt Dutzende von Leuten drauf sind ist das wirklich so okay Steuermann sagt Maschinenraum wir wollen jetzt überhaupt drei und dann muss eben Jordi oder Schrotti oder wer auch immer im Maschinenraum sagen seine fünf Leute anweisen und Heibel umlegen und Stromkreise umverteilen und dann marschiert die Maschine eben los kann schon interessant und zum Thema hier Monatsreport noch ich habe ich habe einmal durchgescrollt zum Anfang und das Bild von Frankfurt Studio gesehen und ich habe wirklich drei Sekunden gebraucht bis mein Kopf realisiert hat scheiße das ist ein Ingame Bild das ist nicht irgendwie vorgerendert und von einem Zeichner schön gemacht nee so könnte das bald aussehen das war wirklich schöner kleiner Moment für mich von was hast du gerade Monats also beim Monatsbild machen doch die eigenen Studios haben so ein kleines Bildchen oder was das unter dem Namen erscheint und als ich durchgescrollt habe und das Bild von Frankfurt das erste Mal gesehen habe hat mein Kopf wirklich drei Sekunden gebraucht um zu realisieren dass das nicht gemalt ist sondern nee nee das ist schon das Spiel was da zu sehen ist okay da werden wir gleich auch nochmal drauf schauen ja das würde ich auch sagen aber unabhängig ja sag was die Daten schon nachvollziehen es ging ja auch darum vielleicht wiederhole ich das gerne nochmal wie gesagt ich habe eben lange Zeit nicht viel gespielt jetzt habe ich gute 40 Stunden in der letzten Woche investiert wie gesagt das ist eine Arbeitswoche weil ich das gerade mal konnte und ich hatte wirklich Aha-Momente es gab mal jemanden der hat gesagt ich musste eine Träne verdrücken als ich 3.0 hatte und das erste Mal den Sonnenaufgang gesehen habe ich will nur so sagen wenn ich irgendwie auf dem Mond bin durch die Gegend laufe und drehe mich um und sehe irgendwie zwei Kilometer Entfernung irgendwo die Biklema immer noch und denke ach nee das ist ja gar kein Berg das ist das Raumschiff habe ich mich gefreut so doof wie sich das gleich jetzt anhört einige werden das vielleicht nicht nachvollziehen kann aber das sind die Momente vielleicht wird es deutlicher ich weiß noch wie Jesse das Thema angesprochen hat als wir den Trailer von der Aquila hatten mit diesen Fußstapfen diesen Werbetrailer kannst du dich vielleicht noch erinnern mit diesen Außerirdischen und da haben Raum mir glaube ich gesagt stellt euch mal vor man könnte auf so Planeten landen und das sähe genauso aus und da habe ich mir gerade überlegt als ich die Biklema dann so von zwei Kilometer ich sage ja das habe ich jetzt ja gerade also es geht auch so mal um die Wertschätzung was sich da verändert hat wo wir damals von Fantasien gesprochen haben wie wäre das gut natürlich waren da die sage ich mal die Vegetation beziehungsweise die Lebewesen sind noch nicht vorhanden aber man muss mal realisieren der Werbetrainer von langer langer Zeit von der Aquila der ist jetzt schon Anführungsstriche Realität also in der Hinsicht hat sich da was getan und damals kann ich mich noch sehr gut an diese Diskussion erinnern dass wir gesagt haben das wäre doch mal was wenn das wirklich möglich wäre es ist möglich jetzt schon gute Beobachtung so also was haben wir hier noch remotely operated turrets also die Geschütztürme sind aus dem Cockpit dann wahrscheinlich aus dem Pilotensitz steuerbar was jetzt sicherlich also es sind nur zwei Tasks würde ich jetzt auch sagen das ist eher was einfacheres und dann haben wir die bemannten Geschütztürme auf den Fahrzeugen das ist noch nicht angefangen steht noch nichts weiter da das Item Kiosk Shopping das haben wir ja vorhin schon gesehen in der ersten Version ja fünf von zehn Tasks sind da fertig jetzt haben wir noch Persistence Improvements das haben wir heute auch drüber gesprochen da wird es immer wieder Verbesserungen geben das ist auch glaube ich in den restlichen Quartalen dann auch drin in 3.3 und 3.4 die PMA VMA Improvements haben wir vorhin auch gesehen im Video und was haben wir noch Escort Beacons da ist in development da werden es wahrscheinlich noch mehr Tasks werden am Ende würde ich mal vermuten das haben wir dann noch Combat Verbesserungen für FPS und fürs Fliegen die Schiffe da wird sich wahrscheinlich nichts verändert haben das sind immer noch die gleichen Waffen und Items da brauche ich nicht drauf gucken und dann bei Core Tech haben wir die Performance Optimierungen natürlich und das Bind Culling aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen also aus dem was ich jetzt gesehen habe würde ich jetzt sagen hat sich nichts nicht viel verändert oder bei 3.3 muss ich reingucken bei 3.2 habe ich jetzt nichts Neues gesehen ähm äh du sagst bei 3.3 hat sich was verändert also sind Sachen und ich habe auch vorhin noch kurz reingeguckt aber da hat sich ein bisschen was von der Form glaube ich Hintze ein bisschen bei Core Tech Hintze sehr wenn ich das so im ersten Moment richtig gesehen hat sehr aufgeschlüsselt also gerade das Objekt Container Streaming Hintze da irgendwie in mehrere Punkte äh ah ok ja also wir haben Objekt Container Streaming GameObject Extensions Conversion Conversion to Improve Performance ok das da kann man jetzt glaube ich nur spekulieren was das sein soll das asynchrone Background Spawning das wissen wir was das ist das ist das ist ziemlich klar was es ist Background Spawning ja also ich sage mal die die beiden da kann man sich gut was darunter vorstellen ähm also ich habe keine Idee was das sein soll äh was jetzt bei das was nee wo du selber gerade sagtest nein nein das das erste das erste ist so geschrieben dass man sich freut dass ein Balken nach vorne geht ja genau also da wüsste ich jetzt nicht also GameObject obwohl ich nicht verstehe das asynchrone das Background Streaming das sind zwei Punkte einmal asynchrone Background und einmal normal Background Streaming das ist zwei unterschiedliche Punkte so rework the game systems to move more spawning to the background to reduce stalls okay also das das hört sich relativ logisch an man will spawnen von Objekten auf die Background äh Jobs verteilen um halt den Hauptthread nicht immer beim Spawn ähm ähm ja anzuhalten anhalten zu müssen weil das obwohl ich da nicht verstehe dass sie die Punkte auseinandergenommen haben das untere was heißt das untere jetzt allow entities to spawn from Background threads without 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 introducing stalls also das ist also das ist ist also das obere hört sich für mich so an das ist das was im Moment auf dem Main Thread gespawnt wird das soll verschoben werden und das untere äh hört sich für mich so an das sind Spawns die überhaupt noch nicht passiert sind und die sollen direkt für den Background äh Job gebaut werden also so würde ich es jetzt als Außenstehender interpretieren das eine ist umbauen von was wir schon haben und das andere ist alles was neu wird soll direkt in das neue System gebaut werden das wäre jetzt meine Interpretation vielleicht so alles was vom Netzwerk hin und her geschoben werden wird also wenn ich irgendwo ein Schiff spawne mit meiner Reclaimer spawne und wer anders soll das nicht direkt sehen dann soll das bei ihm im Hintergrund geladen werden wenn bei ihm aber NPCs oder irgendwas geladen werden muss was alle anderen gar nicht sehen müssen dann ist das der zweite Task und direkt im Hintergrund geladen dass das so vielleicht sein soll würde ich jetzt irgendwie rein spekulieren mit meinem technischen Halbverständnis also für mich gehören die Punkte beide zusammen das ist irgendwie ich sehe die auch zusammen ich sehe da jetzt kein Network in der Beschreibung aber ja ich sage mal wir haben drüber gesprochen ja genau das finde ich immer gut ja wir haben drüber gesprochen ich meine wir können wir können jetzt noch eine Stunde spekulieren aber ich glaube ich glaube es bringt jetzt nicht mehr so viel okay also wenn Fachkräfte das hier nicht wissen ja also das ist ganz so blöd schön dass ich auch mitbekomme dass es Leute gibt die so ein Studium haben und irgendwo arbeiten wo IT was zu tun hat und das auch nicht hinkriegen aber es ist nicht gut ja ich meine aus einem Satz das raus zu interpretieren ist nicht so einfach okay okay haben wir noch irgendwas was ihr noch anmerken wollt jetzt hier zum Thema Roadmap das geht voran hurra 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 es sind ja schon ein paar im Chat vorher spekuliert dass es aussieht dass 3 3 Punkte früher fertig waren wie 3 2 aber es ist eher im Chat vorgekommen die darüber geredet haben also doch es gibt einen Punkt den ich noch anmerken muss ich finde es total toll dass ich gerade Kontakt habe mit zwei Menschen die bei Star Citizen neu dazugekommen sind und die irgendwie zur Kenntnis nehmen oh PTU neuer Patch finde ich ja interessant da passiert ja was und ich sehe einfach dass diese Leute neu in Führung sprich Oktober haben die letztes Jahr irgendwie sich mit diesem Thema beschäftigt und haben sich entschieden da auch erstmal so ein Grundpaket zu kaufen egal aber die freuen sich alleine darüber das ist eine PTU wo täglich ein neuer Patch kommt die haben auch Zugang dazu also es ist kein kleiner Kreis mehr der das testet sondern es haben alle Zukunft darauf das finde ich schon mal super das liegt auch daran weil es nur hat für Expekte ja wie auch immer freut mich einfach und sie tun was und man sieht sie arbeiten dran und man sieht Verbesserungen und es gibt auch Rückschritte und wenn natürlich Sprüche fallen das einzige was wo sozusagen die Persistenz da ist sind die Bugs aber egal ich finde es einfach nur gut und ich kann nur sagen wenn die das wirklich mit diesen drei Monatszyklen einhalten können und auch die Evocati-Phase deutlich verkürzen alles hat seine Berechtigung aber ich bin einfach der Meinung dass ich auch bei diesen Hotfixes es gut finde wenn viele Leute Zugriff haben weil das Download-Argument von Traffic kann kein Argument mehr sein seitdem wir den Patcher haben es gibt viele Dinge die finde ich toll und ich würde mich freuen wenn es in diesen Schritten so weiter geht auch was die Pünktlichkeit angeht auch wenn es verbatgt ist wie auch immer ich freue mich einfach ich denke aber mit dem drei Monatsrhythmus sind sie an der Grenze von dem was sie unter ja halbwegs eigentlich in Wartung haben können weil ich meine wir überlegen davon wir sind 3.1 ist jetzt fünf Wochen her und wir reden noch davon dass es nachgepatcht wird und in acht Wochen kommt ja schon wieder der nächste Patch also was es mal vor anderthalb Jahren geben sollte mit ja jeden Monat kommt da was das ist eigentlich technisch nicht unterstützbar oder da da verbrennt man halt die Leute weil also da jetzt in diesem drei Monatspatch gebe ich dir vollkommen recht bin ich auch sehr glücklich drüber ich würde mich aber auch freuen wenn es nur Hotfixes sind dass sie eben eine PTU machen wenn sie wieder ein Bild haben und wenn sie Anführungsstriche das ist natürlich wie Blödsinn wenn ich sage sie tun so als ob sie was tun aber ich würde mich zwar manchmal auch freuen wenn sie mal ein Update bringen würden wenn sie auf Serverseite was tun weil es gibt ja genug Patches die sie einspielen das kriegen wir ja auf Kleinstseite also als Anwender gar nicht mit das wäre auch manchmal sinnig dass man sich orientieren kann oh sie haben einen neuen Patch auf dem Server eingespielt deswegen stürzt man Raumschiff nicht mehr so ab also mittlerweile habe ich so manchmal das Problem dass ich aktuell gar nicht mehr weiß ist der Bug jetzt gefixt worden auf der Serverseite oder auf der Klientenseite gut das ist jetzt wieder das typische Kommunikationsding man kann vielleicht nicht zu viel erwarten würde mich freuen wenn sich da auch noch was tun grundsätzlich kann ich nur sagen mir gefallen viele Entwicklungen seit Januar sehr sehr gut und ich würde mich eben auch freuen wenn sie wie gesagt die Evocati Phase ist super aber ich glaube umso mehr Spieler das ganze testen umso besser ist es weil wir wie gesagt das grundbewusst haben und ja ich wiederhole mich jetzt also Evocati wir haben es ja also es sind wirklich genau acht Wochen noch bis Anfang Juli also bis Ende des zweiten Quartals und das heißt so vier fünf Wochen wird es noch dauern und dann wird man sicherlich irgendwo in Richtung Evocati dann wieder gehen und das würde dann halt entsprechend drei oder vier Wochen sein ich wollte auch nur sagen nee 14 Tage reichen weil ich glaube bei 3.0 war es gut und richtig dass sie so lange war mittlerweile bin ich eher ein Fan dafür dass sie sogar nicht dass sie es doch dass sie es schon deutlich verkürzen also nicht dass ich damit sagen möchte dass die Evocatis eigentlich jetzt arbeitslos werden und ich bin auch der Meinung nur das Grundgerüst wie gesagt ist da und ich glaube sie tun sich selber einen Gefallen wenn sie gewisse Tests machen Anführungsstriche oben in geschlossenen Gruppen aber wenn die Evocati Phase in Zukunft noch zehn Tage dauert dann ist es so und der Rest sollte danach ziemlich schnell Zugriff darauf bekommen diese Politik würde ich die Evocati also die langen Phasen Evocati waren meistens nur weil er grundlegend was gar nicht funktioniert haben aber bei 3.0 haben sie halt durch die Rechtgap was gemerkt wo sie dann in die PTU gegangen sind also durch den größeren Zugriff an Leuten Bugs natürlich viel schneller rausgefunden und fixen konnten wie in der Zeit als Evocati weil Evocati hatten einen gewissen Fehler vielleicht wenn das 5% hatten waren das ein paar Hänsel da kriegst du nicht viel Daten raus wenn das natürlich so war Evocati sowieso immer angedacht das war erstmal nur für die extrem groben Fehler gedacht für neue Features wo sie dann entscheiden was tun wir raus und dann tun wir das meiste dann zum PTU raus auch wenn da immer noch Feature rausfallen können aber im Evocati halt mehr oder auch Sachen mal was testen was sie jetzt als NDA haben wollen und nicht gleich sagen das haben wir jetzt mal umgesetzt und da ist es schon richtig dass die Evocati Phase nicht zu lang sein darf ich sag mal die Evocatis haben sich auch ein bisschen erledigt also wenn wir jetzt 3.0 als Grundgerüst sehen es gab Zeit wo das eine höhere Daseinsberechtigung hat und ich mach da auch gar kein Ehe raus sage ich hier auch öffentlich also ich persönlich teste da auch nichts mehr groß ich warte bis die PTU Phase kommt weil Anführungsstrich in meiner Zeit eben wenn ich voll eingespannt bin eben auch sehr begrenzt ist und das geht sehr viel in Evocatis so das sind ja nicht nur Leute die 24-7 zur Ausraten der CRG patch hat auch wenn die Gruppe sich verdoppelt hat aber ich glaube also ich will es mal ganz überspitzt formulieren man könnte die Gruppe auch auflösen sehe ich anders du hast mit 3.0 einen sehr großen Schritt gemacht aber es wird immer mal wieder Dinge geben die halt eine geschlossene Testgruppe brauchen und so eine Testgruppe die man einmal hat aufzulösen und dann neu zu suchen es bedeutet auch weniger als die Leute halt zu sagen okay wir versuchen euch zu halten und immer wieder dran zu arbeiten natürlich dürfen sie diese Leute auch nicht über beanspruchen dass sie ausbrennen und nicht mehr die Kraft haben das zu unterstützen weil wir brauchen diese Leute ja deswegen ist die Gruppe auch vergrößert worden ich wollte nur sagen der Anteil der mittlerweile inaktiv geworden ist auch einfach weil es eben auch noch andere Dinge im Leben gibt man glaubt es gar nicht aber das Citizen beschäftigt mich auch nicht 24 Stunden 24-7 man glaubt es gar nicht aber ich wollte damit nur sagen die Gruppe ist vergrößert worden genau aus dem Punkt und egal es war hoffentlich noch mal die Betonung auf überspitzt formuliert kurze Evocati Teste schön dass es die Gruppe gibt dass man mal gewisse Dinge testen kann danach sollte es in die PTU und ich glaube mittlerweile sind viele Leute die überhaupt das PTU installieren und sich bereit das gerne auch anschauen und das auch gerade testen sind sich dieser Aufgabe bewusst und wie gesagt wie es hier auch im Chat steht mehr Augen sehen auch mehr die tun sich selber groß ausgefallen damit es ist natürlich auch so dass die Welt größer wird ich merke das selber in der Evocati Phase du kommst teilweise gar nicht dazu wirklich die große Masse zu testen in der Zeit weil dann immer ein Patch kommt und dann testest natürlich erstmal die Sachen da bist du meistens gar nicht so breit aufgestellt wo du dann sagen kannst du kannst wirklich den Server so stressen oder so in Bedulde bringen dass die Entwickler da wirklich was finden durch deine Daten richtig und ich glaube sogar dass der Crash Händler manchmal mehr Dinge liefert weil ich wie gesagt den IC mittlerweile wenn man Reports schreibt auch sehr kritisch sehe klar natürlich ist es gut dass es die Möglichkeit gibt aber auch das Personal auszuwerten man sieht ja auch alleine wie viele Leute in der QA arbeiten meine Güte das waren ich kann mich noch daran erinnern das war ja schon immer so seit der Crash Händler gibt teilweise in der Anfangsphase wo es noch viele Quashes gibt der Crash Händler eigentlich immer wichtiger gewesen dass sie einloggen und rausfallen als dass sie drin irgendwelche Mechaniken testen das war schon relativ früh gerade bei so 3.0 Patches bei so frischen Sachen oder 2.0 3.0 2.0 gab es glaube das war da nicht so ich weiß ich gar nicht mehr das war da schon immer eigentlich wichtigste und dann kam ich wollte auch nur sagen es gefällt mir einfach vieles von der entwicklung ich kann nur hoffen dass sie wie gesagt sich daran orientieren dass sie mit diesem tempo so weitermachen genauso wie sie gesagt das jetzt parallel laufen lassen und dass jeder auch die möglichkeit bekommt weil es gibt so viele leute da draußen die sage ich mal aufgrund dass sie nicht evokate sind ausgeschlossen sind und so nicht wie gesagt um das noch mal deutlich zu machen vormus nein du hast vollkommen recht man muss das nicht auflösen aber sie hat sich ein bisschen überlegt und ich glaube wir sehen aktuell wie es laufen kann und ich bin der Meinung dass es der richtige Weg ist nur wenn ich der Meinung bin muss kann das jeder natürlich individuell sehen also ich glaube wo dann später die evokate sinnvoll sind wieder wenn sie wirklich neue mechaniken reinbringen dass man speziell die mechaniken testen kann und ausprobieren kann wo dann die evokate mit spezielleren test drauf losgelassen werden und dann erstmal die grundlegenden sachen dazu testen können wenn der rest gut läuft und das ist als 3x läuft das so langsam so dass man das beim neuen patch vielleicht erwarten kann dass man nicht immer raus fliegt und dann so wie du es jetzt sagst würde ja dann auch automatisch die testphase der evokate nur ein paar tage beinhalten weil es ja nur um diesen speziellen test geht also ich sehe das genauso wie ihr das auch sagt wenn man sich jetzt wirklich an diesen drei an diesen quartalsweisen releases hält dann wird man automatisch wenn man in diesen rhythmus reinkommt ich einfach in diesen rhythmus rein wo du dann im letzten monat eigentlichen automatisch in diese qualitätssicherungs und qe phase reinkommst und da wird man dann da weiß man dann auch schon okay schon in der entwicklung merkst du dann okay das werden die sachen sein die im dritten monat des quartals dann mit den power usern getestet werden müssen und also ich denke auch ich sehe das aus so wie dr. steinschner gesagt dass sie da eigentlich auf einem sehr guten Weg sind wenn sie das jetzt dann auch durchhalten ach so ich wollte noch ein kompliment machen weil ich habe ja sonst ab und zu die Sendung immer als Aufzeichnung gesehen mir ist eigentlich aufgefallen und das war eigentlich jetzt ich spreche jetzt mal gewisse Dauergäste hier an die einer fehlt heute die regelmäßig hier sind ich hatte irgendwann mal vor langer langer Zeit mal bemängelt dass mir viele Sachen zu optimistisch ausgedrückt worden sind was wir haben ja am Anfang als wir noch sag ich mal zu zweit waren ok Chris mal mit gezielt zu dritt darf ich dich kurz unterbrechen steigern das liegt aber an deiner Einstellung weil du hattest mal eine negative ja ja ich wollte nein nein ich wollte eigentlich nur sagen mir ist im nachhinein jetzt auch gerade mit diesem Abstand manchmal ist es ja gut wenn man eine Pause hatte und dann hat man ja auch einen ganz anderen Zugang wieder zu dieser Materie mir ist aber auch gerade bei Phobos aufgefallen mir ist auch gerade bei Röders aufgefallen Jesse möchte ich das jetzt mal nicht so unterstellen obwohl ansatzweise auch dass es eine etwas kritische Auseinandersetzung mit gewissen Themen gegeben hat und ich wollte einfach nochmal die Rückmeldung geben wenn ich jetzt einfach auch mal wo wir heute über Vergangenheit und über die Veränderung gesprochen haben auch Jack bei dir hat es auch eingesetzt ich frage mich gar nicht wie ich das jetzt ausdrücken soll man ist vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch wie am Anfang und ich fand es auch sehr gut dass diese Punkte kritischer und nicht mehr so naiv durchleuchtet worden sind wo ich so das Gefühl habe es gab andere Zeitabschnitte in der Vergangenheit wo das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist so versuche ich das mal sozial kompatibel auszudrücken in schlechten Zeiten muss man optimistisch sein wenn es gerade besser läuft dann kann man auch die negativen Seiten durchleuchten ich glaube ich nicht negativ reden es ging nur darum es hat eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema in vielen Punkten gegeben und das ist mir so nach hinein noch mal gut aufgefallen und das fand ich einfach es hat mich gefreut als Zuhörer wo ich mich jetzt mal eine ganze Zeit zu zähle das so festzustellen und das fand ich sicht auseinandersetzen auseinandersetzen und vorher war es eher so ein Traum in der Zukunft wo man wusste da geht hin und da hat man nicht gesehen was läuft wirklich schlecht sondern entweder hat man positiv gesehen oder negativ gesehen da konnte man sich nicht mit den einzelnen punkten auseinandersetzen weil man die noch gar nicht greifbar hatte ich glaube das ist ich würde es aus zwei richtungen beschreiben zum einen ich glaube ich habe immer gesagt und hoffe ich kann noch selbst den standard halten zu sagen also ich brauche ein guter Fan ist nicht der der fanboy mäßig hinterher läuft und sagt es ist alles super ihr versteht es noch nicht richtig sondern ein guter Fan ist derjenige der auch aktiv sagt ok pass auf das es geht nicht darum permanent Kritik zu äußern sondern zu sagen hey das ist gut aber manchmal in einem Satz ist nicht so wichtig wie vor dem Wort aber und das zweite ist manchmal ist es halt für den Zuhörer auch interessanter wenn man Leute hat die ganz bewusst manchmal auch einen Standpunkt vertreten und die Gegenseite herausfordern zu argumentieren und nicht zu sagen ja ich bin total auf eurer Meinung und Chris 2019 gut also es gab wenige Personen die ich das so unterstellen würde ich weiß natürlich dass du jetzt das auch sehr klar dargestellt hast es ist mir nur aufgefallen weil Jack hat auch schon viel angesprochen in meinen Augen das ist jetzt vielleicht realistischer und die Kommunikation ja von CRG ich glaube auch dass sie besser geworden ist vielleicht hat der Druck oder auch diese gewissen wenn man vom Shitsturm reden kann auch vielleicht waren die notwendig aber im Großen und Ganzen finde ich nur zur Zeit wo ich mir einfach ein paar Gedanken machen konnte und das ist manchmal der Vorteil wenn man sich das eben nur anhört und sich nicht aktuell dazu äußern kann oder daran teilnimmt und sich noch mal ein paar Gedanken dazu machen kann dass ich wirklich sage ich habe das Gefühl 2018 seit Januar oder einfach ein Datum zu nennen kann auch Februar sein läuft vieles runder als im Jahr 2017 doch das ist so einfach mein Gefühl vielleicht bin ich auch alleine damit aber das ist schon so wo ich denke so mittlerweile macht es wieder Spaß also vorsichtig an der Hinsicht dass auch CRG auf gewisse Dinge mit Farbplan und Roadmap und und so weiter und so fort da eben auch versucht mit Transparenz oder mit Wahrheit zu arbeiten ja soviel dazu schreibt das ist doch Chris der Doc hat wieder Spaß Erfolgreich Chris hat es geschafft gut ich denke das ist ein gutes Schlusswort für heute und ja wir sehen uns dann oder hören uns dann am Sonntag in einer Woche wieder das ist der 13. Mai nächsten Freitag ist keine Sendung aber das seht ihr dann auch auf dem Star Citizen Blog da habe ich vorhin alles so eingerichtet ich hoffe dass alles funktioniert dass ihr da dann sehen dass dann die entsprechenden Nachrichten hochkommen wann die nächste Sendung dann sein wird dann die restlichen Termine im Mai sind dann der 18. und der 25. das ist ganz normal dann freitags da werden wir ganz normal und die letzte Woche im Mai das wäre der Freitag der 1. Juni da werden wir wahrscheinlich auf den 3. Juni springen auf den Sonntag aber das sage ich euch dann noch also beim nächsten Mal dann am Sonntag und ansonsten natürlich Röders haben wir gerade schon gesagt der ist dann wieder am Dienstag für euch 20.15 dabei der konnte heute leider nicht und Jack bei dir machst du jetzt noch weiter oder du machst heute nichts mehr sonst noch irgendjemand einen Stream anzukündigen oder irgendwo darauf hinzuweisen auf jemand anders der irgendwas streamt oder Videos macht ich sage noch Monatsreport Monatsreport ja der ist draußen schöne Infos zum reingucken genau schön zum angucken haben wir jetzt nicht weil das habe ich vor der Sendung einfach nicht geschafft da noch mal reinzuschauen du wolltest ja noch das Bild von Phobos zeigen so neugierig bin ich noch wo hattest du das geblüht das war Ingame sorry das ist ok das machen wir noch das machen wir noch und danach machen wir Schluss ja gerne wo ist hier comlink damals ich bin einfach nur neugierig na komm ziemlich in der Mitte vom scrollbalken her nach unten so vielleicht bei 55 Prozent hier haben wir Derby heißt die andere Stadt wo das kleinere Studio ist für das Motion Capture und hier müsste jetzt Frankfurt kommen als nächstes also das ist über dem Wort Frankfurt über dem Wort also dieses Bild ich muss mal kurz auf den Stream warten ja es dauert natürlich jetzt im Moment ja das Bild von der Planet Oberfläche aber ich gebe dir recht das ist schon ziemlich also wenn man einfach nur mal rüber scrollt 3 Sekunden scheiße das ist gegen Grafik ja aber ich gebe dir recht ich würde lügen wenn ich jetzt sage ich kann es nicht nachvollziehen gerade wenn du sagst scrollst mal eben rüber das ist blödsinn wenn ich jetzt sage das sieht man doch also im ersten Moment beim Scrollen habe ich auch erst gedacht ist das echt oder also ja aber dann so wie du gesagt 1-2 Sekunden und dann merkst es es ist doch ein Ingen ja aber es ist doch toll dass wir solche Phänomene beobachten können und das freut mich wir sind wie gesagt auf einem guten Weg alles klar so das war es für heute ja wie gesagt bis nächsten Sonntag und dann schönes Wochenende macht's gut bye bye